Das Video wird euch präsentiert von Blinkist. Bei Blinkist könnt ihr über 4.500 Sachbücher in unter 15 Minuten euch anhören. Genau das werden wir gleich tun, während Marc mir gleich seinen Wagen zeigen wird, in dem wir rumbrettern werden. Ihr könnt unten in der Beschreibung, habt ihr einen Link, da bekommt ihr 25% auf euer Jahresabo. Marc, ich werde dich gleich umbringen, wenn du weiter filmst. Spaß. Viel Spaß mit dem Podcast, Freunde. Hallo, das ist Marc, und für euch heute mit einem anderen Podcast mit mir ist Tim Gabel. Und heute werden wir über seine Karriere in der Sportindustrie sprechen. Dein Englisch ist besser geworden, bro. Die Mikros laufen, wir können ja jetzt noch mal reden und dann fangen wir Einstieg an. Ist die Uhr zu verkaufen eigentlich? Wie viel würdest du mir geben? Also ich würde dir das geben, was du damals bezahlt hast. Jetzt oder nicht? Jetzt oder? Okay, kannst du ja ausziehen jetzt. Was hast du heute an? Ich auf Reisen keine Uhr. Echt nicht mehr? Echt nie. Und wenn ich auf Reise bin, nie eine Uhr. Sicherheitsgründe. Aha. Letztes Mal hatte ich auch keine Uhr an. Echt? Ja, nein. Ich laber keinen Scheiß. Nein, ich hatte nichts an. Wegen Sicherheit, wenn ich unterwegs bin. Ja, aber früher hattest du schon Uhr. Früher hatte ich schon. Ja, das stimmt. Ich glaube, das erste Mal, dass du siehst hier ohne Uhr. Nein, man. Letztes Mal hatte ich auch nicht. Mit dem Parfum. Oder nein, man. Ich mach doch keine Uhr mehr. Ich wusste echt nicht, dass du keine trägst. Nein. Hast du meine, aus Dubai, hast du das gesehen, was ich in Dubai hatte? Was hast du in Dubai? Die Richard Mill, 4,5 Millionen. Nee. Zeig mal, wie die aussieht. Siehst du schon, du verfolgst mich auch nicht auf TikTok, ne? Boah, ich hab kein TikTok. Da verpasst du einiges. Auf TikTok? Ich hab TikTok, ja. Aber, na ja. Ist das TikTok-Kanal? Mein TikTok schon. Auch wenn andere was anderes behalten. Also, ich verfolge dich schon. Ja. Ja? Zum Beispiel bei keinem Konzept und so. Da sehe ich immer, wie du mit Victoria am Bett sitzt. Ja. Nein, das war, guck mal. So guckst du die TikToks an. Das ist eine Lüge. So. Sie guckt und du machst so. Nein, bei mir, das, ich will, bei mir kommt, also bei mir kommen solche Sachen. Hier die Uhr. Bro, du hast mir neulich TikTok von einer anderen Frau geschickt. Die ist extrem schön. Eine von fünf. Sind es diese Jackie Chan-Dinge oder was? Ja, also das ist dieser Drache innen drin. Das ist die letzte, die da mit rauskommt. Das ist 5-Piece-Limited-Edition. Innen drin zum Saphir-Drachen. Sehr, sehr krass. Boah, die ist sick. Und hast du die verkauft oder hast du die... Ne, ich hab sie angeboten, aber die Kunden haben sie nicht gekauft. Wessen Collection ist es? Das ist die, die ich hatte in Dubai. Das sind alles deine Uhren? Die sind nicht von mir. Wesh, wesh. Bro. Oh, ho, ho, ho. Sie hat angefangen von der Bühne, jetzt sind wir hier. Warte, ich muss den zweiten auch noch zeigen. Das hier war die andere Box. Alles deine? Nein, Mann, die sind nicht von mir. Ich hab keinen Stock in Dubai. Oh, mit arabischem Teil. Warte, warte, warte. Ich wollte eine andere. Ja, aber wessen sind es dann? Von einem anderen Händler. Ach so, der gibt dir die dann und du vercheckst die dann? Ich versuch's zumindest, ne? Willst du mir die Bilder schicken? Ja, ja, kann ich hier schicken. Und dann kriegst du einen Döner? Dann krieg ich... Genau, genau. Hab ich jetzt nicht. Aber da waren noch kranke AP-Uhren auch noch dabei. Krass. Ja, Mann. Ja, Mann. Keiner kauft aber FP John. FP John jetzt hot. FP John jetzt krass. Wann hab ich gesagt, das FP John krass ist? Ach, vor... 2018. 2018. Damals hätte... Also 2018 war... Guck mal, ich fand auch FP John krass. Ich kann dir aber sagen, zum Beispiel 2019 hatte ich manche Uhren... Also FP John hatten wir drei Stück und die haben sich über zwölf Monate nicht verkauft. Aber heutzutage, seitdem Chanel an Bord ist, läuft's. Ich hasse mich dafür. Ich hab immer so dummen Geschmack. Aber ich hatte keine Kohle für so einen Scheiß. Egal. Egal, ich liebe die Uhr. Vor allem, weil die nicht so prolly ist. Aber was ich dir gerade sagen wollte, ist... Weißt du tatsächlich, dass ich... Du hast den ersten Podcast mit mir gedreht, Bro. Du bist der Erste, der auch das zweite Mal da ist. Ach, echt? Okay, okay. Das hat sich... Nee? Wer ist das zweite Mal da? Florian stimmt, der war... Wir löschen den. Nein, auch sehr nett. Florian, mit dem hab ich auch was gedreht. Hab ich gesehen. Als du da mit ihm da saßt und der... Bro, zündet er dann einfach die Zigarette an. Ich feier den. Aber hier ist es auch so, dass wir... Mit Florian hast du immer die häufigsten Drehunterbrechungen. Weil dann immer noch schnell eine Qualität... Ja. Der guckt sich dann so... Und dann guckt der mich nur so an. Ich so, komm, lass kurz Pause machen. Der so... Und dann gehen wir raus. Unterhalten uns auf dem Balkon dann nochmal immer so 10 Minuten oder so. Und dann raucht der und trinkt noch einen Kaffee. Dann gehen wir wieder zurück. Und dann eine halbe Stunde später immer wieder so. War schon witzig. Aber ich feier den Typen übel. Ja. Wie war es mit ihm? Ich fand es sehr belebend. Also man hat gewisse Übereinstimmungen so von... Zum Beispiel, dass ihr beide bereit seid, 10.000 Euro für eine Box auszugeben? Ja, nee, ist schon... Spielzeug. Nein, er ist schon von der Art und Weise, wie er quasi arbeitet. Von der Intensität her und so. Von der Aufopferung für Arbeit und auch die Motivation heraus. Jetzt sagen wir mal, Thema Eltern und sowas. Er ist schon sehr viel ähnlich. Und genau wie bei ihm. Bei mir auch Thema Religion halt. Hat ihn ganz krass verändert. Und ich hätte gerne den Florian Homm von damals kennengelernt, damit ich den Kontrast halt sehe. Weil ich kenne ihn nur halt so, wie er jetzt ist. Ich kann mir halt nicht vorstellen, wie er vorher war. Ja, krass. Der hat mir auch eine Bibel geschenkt mit einer kleinen Widmung. Die ist da hinten auch drin. Ich habe auch deinen Koran daheim, den du mir geschenkt hast. Ja. Und ich bin gottlos immer noch. Nein, aber das ändern wir heute. Das habe ich tatsächlich selber vor ein paar Monaten geändert. Ja. Aber dazu später mehr. Du hast damals... Nee, Real Talk. Also ich wollte eigentlich kurz... Ich wollte eigentlich anfangen, den Podcast mit einem kleinen Dankeschön oder einem größeren. Das war damals so, als ich dich gefragt habe wegen dem Podcast und so, habe ich auch mit anderen Leuten gesprochen. Da war immer so die Antwort so... Ja, boah, ich kann mich das nicht vorstellen. Wie, was, reden wir da zwei Stunden und so? Hey, ich check das nicht, bla, bla. Und ja, kannst du mal einen mir zeigen? Und du hast zu mir gesagt, ich habe dich gefragt, du hast gesagt, Bro, lass machen, wann soll ich kommen? Ja. Und ich war so, oh mein Gott, mein Mann. Vor allem mich noch damals so Kopf gefickt. Oh, wird das gut? Das ist das Scheiße, rede ich das? Das war der allererste, ja. Das war natürlich, vor allem wir haben lange gedreht und ich glaube fast zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden Material, ne? Digga, und über Gott und die Welt gesprochen. Und, äh, Digga, danke, Bro. Also ohne, das ist jetzt, ich weiß, du sagst jetzt, du hast ja nichts gemacht, aber ohne dich, ähm, ich würde nicht wissen, ob ohne diesen Podcast wir überhaupt hier diese Sachen drehen würden. und das war für mich auf jeden Fall so, vielleicht der erste kleine Domino-Effekt und war für mich eine sehr besondere Sache, Alter. Also Real Talk, vielen, vielen Dank. Ja, aber auf der anderen Seite, das erste wichtige Video für meine Karriere war 2018 mit euch unten im Keller. Ich weiß auch, als du mir geschrieben hast auf Instagram. Ja, genau, genau. Das stimmt. Ich habe, ich habe nicht mit Nico geschrieben, ich habe mit dir geschrieben. Der Kontakt kam durch dich, nicht durch Nico. Ich habe damals nicht mit Nico geschrieben. Nico, weiß man ja, also bei männlichen DMs ist es schwierig, aber du hast geantwortet. Ja, wirklich. Aber ich habe auch deine Videos geguckt, ich fand die geil. Ja, aber wenn wir da schon sind, ey, das ist schon witzig. Ja, nee, ich bin da übel scheiße, Digga. Ich bin da so, du bist da extrem gut darin. Weil auch die Gruppe zum Beispiel, die wir da haben, wo wir da alle Leute, ich weiß nicht, wie wir da alles drin haben, aber so unsere YouTube-Klicke und so. Ich glaube, also mit dir sind wir, also unter anderem von den Leuten in der Öffentlichkeit privat auch am besten. Mit halt auch noch anderen Leuten heißt das nicht, dass man mit anderen nicht so gut ist, aber du bist so der Typ, der erwachsen ist, die Leute connected, mit jedem cool ist. Also auch natürlich mit den Leuten, die du magst und so. Und das ist eine super angenehme Sache, weil du hast auch nochmal so ein bisschen mehr zusammengebracht. Wir sind alle so chaot und du weißt, wie das ist. Wir mögen uns alle irgendwie, aber wenn es dann so heißt, oh was, wir müssen irgendwo hingehen, dann ist es so, boah, aber wenn Marc jetzt in Frankfurt ist, dann ist jeder so, okay, Marc ist in Frankfurt, Marc hat gefragt, wir müssen da hin so. Weil so, Marc, willst du dich abficken, einfach weil du, nicht, dass du jetzt eine Respektsperson bist, vor der man Angst hat oder so, sondern man ist so, du bist so ein, du bist halt immer, wie soll ich sagen, du machst, du hast mehr Gefallen irgendwie getan Leuten, dass so, man traut sich gar nicht. Ja, nein, aber mich hat es selber auch überrascht, auch mit Frankfurt und so weiter, alle sind irgendwie gekommen und so. Oh, dass er Monti da hinbekommen. Ja, stimmt, ich habe ihn aber überlistet bis heute, weiß er nicht, wie es passiert ist. Also er hat immer gedacht, es wäre in Düsseldorf und dann konnte er keinen Rückzähler machen. Es ging einfach, also es ging einfach, guck mal, ich war in dem Monat, glaube ich, drei, vier Mal bei ihm, ja, bin immer hingefahren und so, aber das habe ich, das mache ich jetzt auch, ich war auch jetzt von, bevor ich nach Dubai geflogen bin, am selben Tag war ich noch bei ihm. Bei mir ist kein Problem, ich fahre dahin, dahin, kein Problem. Und so und dann, ja, und dann, ja, ist er tatsächlich gekommen, hat mich auch sehr gefreut. Junge, Alter, das VGA-Video, da war auch witzig, Alter, als du da geraten hast, was er hatte. Aber dafür feiere ich den, dass er Eier hatte, früh sich die ganzen Spiele zu holen. Er hat jetzt noch die Eier, jetzt, jetzt. Habt ihm die Preise hoch so hoch? Ja, ja, das ist, ich war jetzt bei ihm und so, ja, Tetris, das, dies, das, 50, 60, 70.000 Euro, so, ich denke mir so, hör mal, wie willst du das, also, wer sagt, dass das morgen noch genauso ist? Das ist so ein schmaler Markt, sagt er mir, na, jetzt war jetzt eine Auktion, ist irgendein Spiel, 1,5 Millionen. Ja, diese Super Mario 64 und so und Zelda ist auch krass abgegangen. Sind die nicht sogar noch teurer gegangen? Ja, ja, wobei Pokémon ja Hype-mäßig zurückgegangen ist. Ist das trotzdem so stabil? Also, ich meine, durch ihn habe ich ja, ich habe auch, ich habe Super Mario, dann Varioland, Mortal Kombat. Hast du alles? Und Pokémon Red, ja, habe ich alles gekauft auch. Was? Ja, ja, aber ich habe, also zum Beispiel Super Mario habe ich ganz, ganz früh schon gekauft und die anderen, Mortal Kombat zum Beispiel, habe ich dieses, nee, letztes Jahr gekauft und so, also, ich bin jetzt kein Hardcore-Collector, aber ich kaufe halt so manche Sachen. Ja, so die Spiele, die man, die man selber über den Reis findet. Bro, Varioland super war. Varioland war teuer, war sehr teuer. Echt? Aber es war ein geiles Spiel. Ja. Das habe ich als Kind geliebt, Digga. War das die große, also für Gameboy? Das erst, also das ist quasi Super Mario 4, glaube ich, Varioland. Das ist in der Reihe des vierten Spiels, meine ich. Bro, ich muss überhaupt gucken, was das ist. War das ein Vario-Spiel oder ein Mario-Spiel? Vario. Ja, ja, okay, gut, 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 gut. Weil du hast gesagt Super Mario 4. Nein, aber das nennt man, glaube ich, so. Echt? Ich glaube, Super Mario 4, Varioland. Ich glaube, so heißt das. Guck mal nach, kurz. Zeig mal gleich. Ja. Super Mario Land, Super Mario Land, drei. Zeig mal, zeig mal das Cover von dem Game. Genau. Ja, 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 uh, Digga, aber wenn ich das schon sehe, aber geht da, ähm, hast du so, diese Nostalgiesache ist ja lustigerweise, die kommt ja, die ist ja jetzt gerade durch Corona höher. Also Nostalgie ist ja so ein bisschen so ein Trick von deinem Hirn, ähm, um Isolation zu bekämpfen, wenn du dich alleine fühlst, was ja so durch Corona jetzt so ein bisschen zustande gekommen ist und dann erinnern sich Leute so in die Vergangenheit zurück. Das haben die auch untersucht. Also es ist tatsächlich stärker, als wenn du zum Beispiel zwei Gruppen machst und guckst, wie sich Leute fühlen, nachdem du denen sagst, stell dir irgendwas in der Zukunft vor, was übel geil ist, nach dem Motto, geilste Chiquis und Ferrari fahren, geile Uhr, bla bla, so diese Ego-Dinge. Und im Vergleich an, ähm, so sagst du in Enkern irgendwas Nostalgisches, irgendwas in der Vergangenheit, wo es mit Freunden cool war und so, ähm, ging es den Leuten auch, äh, nachweislich sehr viel besser, die quasi häufiger nostalgische Gedanken hatten, als nur diese Ego-Trips. Und, ähm, jetzt sagst du auch ein bisschen, ne, Ego-Denken ist auch manchmal wichtig, aber jetzt, ich würde sagen, 50-50 ist vielleicht das falsche Verhältnis, ähm, aber, und Corona hat das quasi getriggert. Und das siehst du auch in den Preisen von all diesen alten Sachen, ob es, ob es Pokémon-Karten sind, Kart-Openings oder Yu-Gi-Oh-Karten, ich habe hier auch selber ein paar, die ich oft gemacht habe und so, äh, alles so billige. Aber denkst du oft an die Vergangenheit eigentlich? Äh, da ist jetzt Corona, war schon so, dass ich so alte Sachen geguckt habe und so, oder alte Games gezockt habe, aber jetzt nicht mehr so. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Echt? Ich habe, also was, wenn die Vergangenheit, ähm, also ich kann mich gut an Preise und sowas erinnern, aber, aber jetzt so wirklich, also so Thema, so, dass ich so daran zurückdenke, was ich so als Kind kann, also habe ich, also ich habe einfach keine Erinnerung. Counter-Strike als Kind richtig viel gespielt. Nur, nur das? Counter-Strike, ein Whisky und Counter-Strike. Ich habe damals viel gespielt, ja, seitdem ich 14 war. Ähm, was wollte ich sagen gerade? Äh, ja, wegen, wegen dem, ich glaube, das, was die Leute am allermeisten wahrscheinlich interessiert ist, als ich dich kennengelernt habe, damals, du warst bei Cologne Watch. Ja. Und hast dort deine ganzen Videos gemacht, hast, weil, der Uhrenladen hat ja nicht dir gehört, jetzt haben ja viele Leute gedacht, dass der Laden dir gehört. Ja, genau. Tut der nicht? Hat der nicht? Nein. Ich war Angestellter und habe mein Bestes gegeben, ne. Also. Ja, aber du warst ja auch schon, muss man sagen, so der Golden Boy von Cologne Watch, also durch dich kennt ja ganz Deutschland Cologne Watch. Also, also das war natürlich ein großes Unternehmen und wir haben, ich denke, bei aller Seiten haben voneinander so profitiert mäßig, ne. Also. Jetzt kommen so Politiker-Antworten. Ach, ich meine, die haben die Uhren, ich habe viel gemacht. Du hast Content. Genau. Und du hast aber gleichzeitig haben die Marketing durch dich. Ja, das war so. Ja, aber man muss auch sagen, du bist jetzt auch nicht so einfach zu ersetzen, also ich würde sagen, ähm. Also die haben, die machen, also es gibt einen, der heißt Henry. Der macht einen Top-Job. Der macht einen guten Job. Also ganz, ganz lieber und so. Der war schon da, bevor ich dort angefangen habe. Ja. Der liebt Uhren und es ganz gut hat, ne. Und am Ende, am Ende, ich meine, guck mal, musst du auch so sehen, ne. Also jetzt, falls du darauf das Beef und so weiter gibst, ne. Guck mal, am Ende, ich kann dir nur sagen, die lassen ja die Videos online. Und deswegen kann ich, kann ich nur von meiner Seite, wenn die die Videos online lassen, dann möchten die immer noch mit mir in Zusammenhang gebracht werden. Und dann können sie mich ja nicht so sehr hassen. Würde ich sagen jetzt, oder? Wie würdest du das deuten? Nein, ich denke, gut, ich denke auch nicht, dass man sich da hasst, aber ich glaube, was... Nein, wir haben ja auch ein Video zusammen gemacht, wie alles zu Ende gegangen ist und so. Wie war das damals, also wie kam überhaupt die Idee, Alter, das, glaube ich, wissen auch Leute nicht so ganz. Weil ich meine, du warst ja dort angestellt und jetzt kommst und sagst, ey, ich mache Videos hier mit den Uhren und so. Nein, also die Idee dessen ist entstanden, ich muss dir vorstellen, ich habe immer mein Geld in die Uhren gesteckt, immer. So, aber das heißt ja nicht, dass ich jetzt Uhren verkaufen kann, sondern ich habe da irgendwann angefangen, ich weiß nicht mehr, wann es war, 2017 oder so, ich glaube, 2017 habe ich angefangen. Dann stehst du in dem Laden drin, hast alle Uhren und jetzt kommt dein Kunde und sagt, ah ja, okay, GMT Master, ja, wie funktioniert die Uhr denn? Ewiger Kalender, wie kann man die denn einstellen? Kenne ich solche Leute, ja. So, und ich habe gar keine Ahnung. So, das heißt, habe ich mir gesagt, okay, mach folgendes, mach einfach Videos über die einzelnen Uhren und so kannst du dann auch die Funktion besser erklären, so. Und dann hat es angefangen. Erstes Video war über die GMT Master. Das Video ist, wie ich schon gesagt habe, immer noch online sehr lustig. Nikos erste Uhr? Ja, war Nikos erste GMT Master, stimmt. Ja, und das war damals, die Weißgoldene ist damals rauskommen. Uh, die Pepsi, Weißgold. Genau, jetzt mittlerweile schon wieder eingestellt. Und das war so das allererste Video und so entstand dann die Idee. Dann habe ich zwischendurch mal wieder aufgehört, habe mehr Instagram gemacht. Das hat aber dann auch irgendwie nicht so wirklich funktioniert. Und dann ging es eigentlich los mit Emra aus Köln. Der war der erste 1 Euro Uhr gegen 300.000 Euro Uhr. Und dann halt war das irgendwie schon so dann mit euch. Das war dann halt so ein Selbstläufer. Und ab dann habe ich halt dann einfach 100 Prozent gegeben. Jeden Urlaub habe ich Videos gemacht, unabhängig davon. Ich habe einfach immer gedreht. Aber das ist auch das, was mich heute auch zufrieden stellt und glücklich macht. Das ist das, was mich antreibt. Uhren verkaufen, dies, das macht auch sehr viel Spaß. Aber diese Videos in Kombination zu drehen, das ist einfach mega. Ja, da habe ich sogar kleine Kleinigkeiten. Wir wollten vielleicht Haie tauchen gehen. Ja, ich habe das schon erzählt. Das ist ein Traum von mir. Willst du mitkommen? Ja, klar. Das machen. Letzter Podcast jetzt, der heute rausgekommen ist, war auch sogar mit Robert Marklehmann, also Meeresbiologe, der mit Wahlen getaucht ist, mit Hain getaucht ist und so weiter und so fort. Mit ihm dann vielleicht, also Nico will unbedingt, Nico redet gerade von nichts anderem außer von Tauchen. Cool. Stimmt, auch habe ich auch bei seinem Urlaub gesehen. Der die ganze Zeit hatte gesagt, meinte, ich könnte deswegen auch dieses Luft anhalten. Ich denke mir, warum hält der im Zug die Luft an? Wen interessiert das immer? Bro, der sitzt im Zug, ich sitze in diesem Zug drin, ich sitze mit meinem Buch dort, mein Akku auf zwei Prozent, ich todesgenervt, weil ich nicht genug Akku mehr habe und ich fahre nach zwei Stunden aus Düsseldorf nach Hause mit Nico neben mir. Mit Maske, die ist das. Meine Kopfhörer drin und damit ich nichts mehr höre. Ich lese, ich lese, ich lese, ich lese, bin endlich drin, Nico dann, was ist los, Digga? Guck, 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 ich tue jetzt Luft anhalten, guck, 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 guck. Und dann guck dir so an, Digga, bist du behindert? Und dann ist der dort, Bro, und der hat die ganze Zeit, ich schwöre, der hat da 10, 15 Minuten lang die ganze Zeit hin und wieder, also nicht am Stück, aber Bro, der hält da die ganze Zeit die Luft an und dann fängt er, hast du gesehen, wie der dort rumgedingst ist und so, Bro, Alter, hinter uns waren Kinder, vor uns, so vier. Die haben es bestimmt gefeiert, ne? Wie lange hat er es geschafft? Zwei Minuten noch was, ne? Der hat jetzt, glaube ich, sogar über drei Minuten geschafft, jetzt als wir auf Poolparty waren. Okay, ich habe letztens ein Interview mit Tom Cruise gesehen und der, glaube ich, schafft acht Minuten oder noch länger. What the fuck? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es gesund ist, aber das ist doch was für dich, du bist so ein extremer Typ. Ja, aber tauchen, da ist jetzt keine so, ich verspüre da jetzt nichts, sodass ich da halt was reinstecken muss an Arbeit. Ey, weißt du, was mich schickt? Ich hätte nie gedacht, dass so ein schmieriger Uhrenverkäufer, YouTuber, das denn so feiern könnte wie dich, privat. Bro, wir waren in einer Höhle, ich werde da niemals hingegangen. Stimmt, boah, die Höhle, das war, das war, das war gut, ja. Ey, diese Höhle, ey, ich schwöre, das war eines der krassen Ereignisse meines Lebens. Und wir stehen, ey, wir gehen... Als wir da angekommen sind, die Leute, das kann jetzt nicht sehr, das kann jetzt nicht sehr ernst sein. Doch, 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 ist kein Problem, alles gut, alles gut, ich in meinem gelben Sack oder so. Vor allem eine Woche später, ne? Also, wir gehen in diese Höhle rein. Eine Woche später, ja. Ist jemand, ja. Da ist ja jemand fast gestorben in dieser Höhle. Nein, die waren drei Tage, glaube ich, da verschüttet. Genau. Weil es geregnet hat. Pass auf, wir gehen dorthin in diese Höhle. Und Marc sagt... Ihr konntet auch keinen Rückzieher mehr machen. Ey, glaub mir, also, wenn du mit Marc irgendwas machst, das ist... Der sagt dir so, gar kein Problem. Das ist übel gechillt, wir haben da Profis dabei, das ist beleuchtet und so. Das ist nur so, wir laufen da in so Höhle rein. Und ich dachte, das ist so wie damals mit Schule. Das ist so alles beleuchtet. Du läufst da rein, auf einmal, ich kriege einen Neoprenanzug. Ich war so, what the fuck? So, okay. So, gut. Tun jetzt halt ein bisschen so, als ob, ne? Ich war so, mit Kanone auf Spatzen schießen. Dann, Digga, wir gehen da rein. Und dann sagt er so, die ersten 15 Meter, die sind ein bisschen ungechillt. Aber danach wird die Höhle groß. Bro, du bist in dieser Höhle und wirklich, wir mussten so rein. Also, du hattest... Der Eingang war schmal, ja. Der war sehr schmal. Also, du musst es durchkrabbeln. Und, Bro, so richtig... Also, ich hatte Endlevel-Schiss. Weil, du hast wirklich keinen Platz. Also, wie soll ich das sagen? Das wäre die Decke, Digga. Und noch viel mehr ist die Decke, dieser riesengroße Felsso. So, du läufst durch. Dann musst du durch so einen schmalen Gang. Auf einmal ist Wasser, was irgendwie so nur 15 Grad ist. Boah, in den Stiefeln, das war mies. Bro, das Wasser war stellweise ja bis hier. Ja. Du läufst dann da durch. Also, und dann... Wir haben für wie viel 800 Meter irgendwie zwei Stunden gebraucht? Ja, das war lange. Sehr lange, ja. Ey, wir laufen da durch, ne? Das ist übertrieben eng. Es geht hoch, es geht runter. So, irgendwann war es halbwegs okay. Aber du weißt, dass du mit jedem Schritt, den du tiefer da reingehst. Und wenn du in so eine Enge gehst, weißt du, du musst den ganzen Scheiß ja nochmal zurück. Ist ja nicht so wie bei einem Computerspiel, wo du jetzt irgendwie so wie bei Pokémon eine zweite Tür findest, wo es rausgeht. Sondern du musst den ganzen Weg wieder zurück. Und mit jedem Schritt denkst du, fuck, Bro, wie kommen wir zurück? Was, wenn es jetzt hier regnet? Marc, gar kein Problem, passiert gar nichts. Entspannt euch, ist ein bisschen kalt. Nico ist dort. Wir sind ja, also Nico war ja als Erster komplett durch. Ja, der hatte ja... Bro, dann sind wir an diesem Ding. Und Marc wollte, du wolltest ja viel tiefer noch reingehen. Wir sind an so einer Stelle, wo... Kannst du dir vor... Also du musst dann halt tauchen. Genau, also um an den nächsten Punkt zu kommen, ist es halt Wasser und dann muss man einmal durchtauchen und dann hinten wieder raus. Ey, kann ich kurz nur dieses YouTube-Ding anmachen von dieser Höhle, dass man das sieht? Also es gibt... Wie heißt die Höhle nochmal? War das Bad Urach? Boah, ich weiß nicht. Ich muss es denen kurz zeigen. Hä? Ist es... Ja, dann ist es das. Bad Urach Höhle. Ey, das müssen die kurz sehen. Weil wir können das einblenden, Digga. Weil ich finde, in dem Video sieht man das auch nicht so krass. Falkensteiner Höhle. Falkensteiner Höhle, ja. Was? Ähm... Schon ein paar Stunden. Naja, doch, doch. Warte hier. Warte, ich zeige euch das hier gleich. Wir können das ja einblenden. 3,4 Kilometer unter die Erde. 3,4 Kilometer unter die Erde. Willkommen, Digga. Genau. Also jetzt hier, guckt euch das kurz an. Ich will kurz, dass ihr das seht. Also hier geht's rein. Ja, und du denkst, okay, so ein großer Eingang, bla bla, so, ne, wird schon. Da standen, wir haben dann diese Neoprenanzüge angezogen. Auf einmal bist du da drin. Und dann wird's auch schon schmaler, da. Und so läufst du ja effektiv die ganze Zeit. Und jetzt, pass auf, der erste Siphon war 400 Meter, glaube ich, sogar. Ja, stimmt zwar. Bro, wir waren nur 400 Meter drin. Stimmt, stimmt, stimmt. Also, das hier ist das ganze Ding, das da. Wir sind nur bis hier hin. Stimmt. Das war krass. Und ich erzähle gerade so, als wäre das fucking, als wären wir der Hölle gewesen. Aber warte, pass auf. Ich zeig, hier, guck mal. Also so sind wir auch teilweise ganz normal die ganze Zeit gelaufen. Bro, und das Wasser todeskalt. Jetzt pass auf. Warte, ich will nur, dass ich zu diesem Siphon komme. Hier. Bro, du bist hier jetzt auf einmal. Siehst du, siehst du, wie viel Platz du hast? Der Psycho, ja, lass doch durchgehen, ist doch kein Problem. Das ist so, die ist das, blabla. Und jetzt, pass auf, du musst da tauchen. Ich bin ja damals mit dem Gesicht verhoben gegangen. Der Yannick hat den Taucherbrenner auf, der will genau mit dem Gesicht nach unten durchtauchen. So hat jeder seine Technik. Also wie hoch ist das? Doch, schon tief. Also da. Bro, ich hab Schiss, wenn ich das anguck. Bro, du hast keine Ahnung, wo du bist, als ob du dich das traust zu machen. Der Psycho, mach doch, blabla. Der guckt uns so an. Wir können schon zurückgehen, aber wär schon wack. Also guckt uns so an. So. Ihr verkackt schon mein Video so. Naja, aber Nico ging es wirklich nicht gut. Der war wegen der Diät und so, der war schon gut am Ende. Bro, der war am Zittern, als wir da waren die ganze Zeit. Jetzt warte, ich will nur einmal zeigen, wenn die an diesem Ding da sind. Da, wo die geflutet sind. Das gibt es ja auch, die Stelle. Ah, okay. Riesenfett. Ein Würfel. Ja, das ist also irgendwo hier. Sind die, glaube ich, geflutet. Auf diesem, auf diesem, auf dem Ding hier. Hier. Aber jetzt warte, da gibt es so eine Stelle, Digga, wo der aus so einem kleinen Ding rauskommt, wo ich mir dachte, das wolltest du alles lang gehen. Bro, also guckt euch, guckt euch dieses Falkensteiner Höhle Video an und dann werdet ihr verstehen, was, also was Marc für ein Psycho ist. Und dann siehst du dann so, ey Jungs, lass mit Heim tauchen gehen. Ja, ich fragte ihn so, wo, mit Käfig? Und so, nein Mann, ohne Käfig. Ich fragte Marc so, ja, keine Ahnung, Bro, woher hast du die Eier? Ja, Allah passt auf auf mich. Wenn mir was passiert, dann ist das Schicksal. Wenn nicht, dann... Ich denke schon darüber nach vorher. Ich weiß ja, da wird nichts passieren. Oh, shit. Aber ich habe schon Bock auf Heim tauchen. Ich muss sagen, diese Höhle war Baba. Also ich bin danach rausgegangen, ich war schon ein bisschen ein anderer Mensch. Ja. Auch wenn es nur 400 Meter war. Doch, es war schon eine andere Erfahrung. Wie weit wärst du durchgegangen, wärst du komplett nicht? Ja, klar, bei mir gibt es kein Ende. Ich meine, bei mir sind solche Sachen... An sowas wächst man, egal ob ich jetzt Bungee Jumping mache, aus dem Flugzeug springen oder dieses Häuser Running oder egal was, man wächst ja an diesen Dingen und das überträgt sich auch aufs Geschäftsleben und so. Von daher, ich nehme viel von solchen Sachen mit. Ja, Digga, das war krass. Also vor allem, also ich fand es übeln. Wie war das eigentlich mit Fallschirmspringen und so? Fallschirmspringen war das leichteste. Ja? Ja. Also Bungee Jumping ist ein bisschen, ist schon, Bungee Jumping ist schon schwieriger. Für mich war Häuser Running, das fand ich jetzt, war am schwierigsten. Was hast du da gemacht? Also du stehst quasi auf, du läufst quasi so eine Häuserwand runter und bist halt hinten so festgemacht und kannst dann so vertikal, so Catwalk-mäßig rumgehen. Das war schon ein bisschen schwieriger und ja. Aber du weißt ja, du bist safe und... Du weißt schon, du bist safe, aber ich hatte ja nur Slipper an den ganzen Tag, auch beim Bungee Jumping und das hat etwas erschwert, weil du musst an diese Kante gehen und beim ersten Mal, ich habe schon losgelassen, so dieser Point of No Return hatte ich schon überschritten, nur ich bin weggerutscht, bin ich einmal zurück und bei mir hatte sich noch das Seil verknotet. Wir sind so fünf Meter runtergegangen und mein Sicherheitsseil hatte sich verknotet und dann konnten die mich nicht weiter ablassen, dann mussten die so quasi das einmal durchschneiden. Das hat so ein bisschen zu Verzögerungen geführt. Ich habe es erst unten dann erfahren, weil wir kamen dann an einer Stelle halt nicht weiter, aber ja. Aber mit Jochen Schweizer ist immer was los. Mit dem ist immer, wenn du mit dem was machst, ist es immer Vollgas. Ja, aber fett. Und aber, ey, wenn es, sag Bescheid nicht, wenn es irgendwas so Sicheres gibt, wo du sagst, okay, da ist jetzt die Chance sehr niedrig, dass man stirbt. Doch, ich denke, wir suchen gerade hier was auch in der Nähe noch aus, was wir noch machen können. Ich habe schon daran gedacht, mit euch, mit Nico und dir so Leichtflugzeug zu machen und quasi ihr müsst dann Uhren währenddessen erklären. Ich gebe dir dann zum Beispiel so einen ewigen Kalender und so und du musst dann denen erklären, so was, wo gezeigt wird und so, während er so diese Manöver fliegt. Das wird super lustig. Bro, meine Mutter wird Herzinfarkt bekommen, wenn ich da sage, ich bin in irgendeinem Leichtflugzeug. Ey, Junge, Alter, was für Flugzeug. Das lieber, da würde ich lieber, also bevor ich da reingehe, gehe ich lieber Häusermand runterlaufen. Ja. Das sage ich jetzt. Ja, das macht schon Spaß. Krass. Bro, du hast einfach Mäusch diese Uhr mit Fallschirm gebracht. Ja, stimmt, genau. Das war Spektakel, Digga. Ja. Ja, wie Cologne Watch ist passé, du machst nicht mehr mit den Jungs, sondern du bist selbstständig. Ja, genau. Also ich habe mich letztes Jahr, ich glaube im März oder April selbstständig gemacht. Jetzt ein bisschen über ein Jahr und läuft ganz okay. Aber jetzt mal, das ist ja übel schwer, also die Leute denken dir so, ja, ist ja obvious, Marketing, da kaufst du die Uhr, weil in diesem Uhrengeschäft ist ja Trust eigentlich das Allerwichtigste. Also Marketing ist Trust. Das war, ich habe mich selbstständig gemacht, als der erste Lockdown kam. Also es war schon ein bisschen tricky. Okay. Genau, weil im Endeffekt ist es ja so, du, das wissen ja, also was heißt, das wissen die Leute nicht. Die Leute denken, weil du jetzt ein paar Uhren hast, bist du jetzt der reichste Typ auf diesem Planeten, in Anführungszeichen. Nein, ich habe damals Uhren. Das ist ein hartes Geschäft. Nein, ich habe damals Uhren verkauft. Okay. Also bei Colomboch habe ich Uhren verkauft. Das heißt, also ich habe ja kein Geld, also ich habe jetzt kein Riesenkapital, um jetzt so einen Stock aufzubauen. Das, was ihr jetzt auf der Webseite seht, was passiert ist in diesen zwölf Monaten, ist ja nicht von dieser Erde. Also dass es sich so entwickelt hat, ist nicht vorstellbar für mich. Hättest du zu mir gesagt, kannst du dir das erträumen? Niemals. Niemals. Guck mal auf die Webseite, das ist ja krank. Du hast es auch davor gut verdient, aber das, was die Leute ja gar nicht checken, ist, wenn du, keine Ahnung, wenn du zum Beispiel jetzt 10 Deuteroners im Bestand hast, beispielsweise, dann hast du ja schon Stock von über 300k. Gib dir das mal. Also. Das musst du haben, ne? Also das Geld musst du haben, sonst läuft das halt nicht. Natürlich, guck mal, die Sache war auch damals so, natürlich kann man mit Kommission und sowas arbeiten. Das ist aber immer Mist. So rumgefickelt. Wenn du die Uhr nicht hast, kannst du sie nur schwer verkaufen. Natürlich, man kann mit Kommission viel machen, aber wenn man Uhren verkaufen will, gerade jetzt bei sehr teuren Uhren, bei Richard Mill zum Beispiel, entweder du hast die Uhr in der Hand oder du verkaufst sie nicht. So wie ich jetzt neulich erst gesagt habe, ich will einem Homie eine Uhr kaufen und gesagt habe, bro, bring die mit, ich will, dass er die anprobiert und so. Ja, aber manchen Uhren muss man die halt erst beschaffen. Ja gut, ich habe ja auch immer so ein kleines Fable für Uhren, die keiner will. Für schwierige Modelle, ja. Ja, aber was ich krass finde, ist, ich weiß nicht, ob, also kann man ja auch raus, also deine Marge ist ja, glaube ich, bekannt, oder? Die du hast. Ja. Du bist ja mit 10% circa. Also bei Rolex-Modellen ist es ein bisschen weniger, aber bei anderen Uhren, wenn es jetzt um Richard Mill oder sowas geht, kann es auch schon mal mehr sein. Wenn man jetzt wirklich das Geld hinlegt, dann kann es auch schon mal mehr sein. Ja, aber das hängt auch mit dem Wert natürlich zusammen. Wenn der Wert höher ist, braucht man jetzt auch Prozent, also dann sind halt 10% dann doch viel oder wenig oder je nachdem, aber bei Rolex ist es weniger als 10%. Deswegen lieber Allotrix 1000 Euro falsch raten lassen, bei 350.000 Euro Baba Watson, damit er auch ganz sicher in den Scheiß reinbeißen muss. Ich habe mir so gedacht, krass, dass er ja gesagt hat, gut. Zu 1000 Euro. Ich war auch so, hä, was ist das für eine Kackwette? Vor allem, wenn er mit 1000 Euro richtig liegt, ist es ja nicht so, dass du das essen musst, sondern ich muss das einfach nicht essen. Naja, ich kann das essen, das ist für mich nicht scharf. Du bist wirklich krank, was das angeht. Das, was er gegessen hat, ist easy. Aber diese 10% ist schon heftig. Also ich meine, allein sich so einen Stock aufzubauen, die Uhren da ranzukriegen, das in dem Tempo zu verkaufen, dann hat man auch Glück, dass die Uhren besser performen. Hat ja auch keiner gedacht bei Corona, da dachten ja auch Leute jetzt, da kommen jetzt die reichten Leute, versilbern ihre Uhren und die Preise gehen runter. Nee, gar nichts. Aber hattest du selber Schiss? Ja, ja. Weil das glaube ich dir schon. Nein, weil das damals war es so, guck mal, als der Lockdown kam, die Preise waren ja schon teuer. Das war ja schon sehr teuer. Und alle haben so auf diesen Crash gewartet. Davor sind ja die Nautos-Modelle schon runtergegangen vom Preis vor Corona. Ja, also wie viele Fußballspiele gibt es noch, die für 100 Kranen auch gekauft haben? Ja, ja. Aber jetzt sind sie wieder teurer. Jetzt ist es schon viel, viel teurer. Aber was ich damit sagen möchte, ich hatte selber auch meine Bedenken und da habe ich so gemerkt, so März, April, Mai und so ganz normal. Die Leute kaufen, kaufen, kaufen. Ich dachte, das ist so krass. Und ja, am Ende, das ist das, was die Uhren jetzt bewiesen haben, in einer Extremsituation wertstabil zu sein. Gewisse Modelle, nicht alle. Gewisse Modelle, ja. Ja, und da hast du ja wahrscheinlich direkt noch mit einer schlauen Sache nachgelegt. Du hast angefangen, noch dein eigenes Parfüm zu machen. Das kam erst später. Ich habe zum, also zur Stunde Null, habe ich auch, also ich habe früher immer bei Ebay hatte ich ja so mit gebrauchter Bekleidung und auch Restpostenparfüm gehandelt. So, und von dem ich die Parfums bekommen habe damals, Herbert Stricker, der auch jetzt ein großer Teil, also der ist ein Begleiter. Ich kenne ihn seit, glaube ich, zwölf Jahren oder elf Jahren und dann haben wir halt gesagt, okay, probier mal nicht über Discount die Altware zu verkaufen, sondern verkauf einfach normal Parfüm bei deiner Webseite. So, das, was jeder haben möchte. Dann hat Herbert halt gesagt, okay, wir probieren es einfach mal. Und jetzt, ein Jahr später, sind wir halt deutschlandweit auf Platz drei. Also vor uns ist noch Douglas und, ich weiß nicht, noch Parfumo und Platz drei teilen wir uns ab. Manchmal ist der vorne, manchmal sind wir da vorne. Aber sonst haben wir es geschafft, halt in diesem Nischenbereich einer der Größten zu werden. Krass. Und das ist auch ein sehr, sehr wichtiger Baustein. Und da, später dann habe ich gesagt, okay, ich möchte mein eigenes Parfüm haben, weil ich halt gewisse Sachen, ich wollte mich ausleben in einem Bereich oder ich wollte halt ein Parfüm, Parfüm ist meine Leidenschaft, ich liebe Parfüm, ich kaufe überall Parfüm. Dann habe ich gesagt, okay, ich möchte was Eigenes machen. Und Herbert meinte, okay, lass es machen. Bro, also wenn du hier herkommst, weißt du, vorletztes Mal war das, Marx ist gekommen, sein Auto voll mit zwei Taschen Parfüm und kommt mit, sagt Nico, Sascha, Jungs, kommt, ich muss euch was zeigen. Der kommt dann her mit, ich sage es euch, irgendwie 20, 30 Parfüms und dann erklärt er dir jedes einzelne, macht die Dinger auf, dann kommt er dir, ey, das hier riecht nach irgendwie, Bro, das hat einfach gerochen wie fucking Kuhstall. Ja. Er erzählt dann, es hat, weißt du, wie viele Euro es gekostet hat? Das war 1200, ja, ja. Bro, das hat gerochen, als hättest du irgendwie dein ganzes Leben in einem Kuhstall verbracht. Das habe ich, heute habe ich übrigens noch was anderes. Das ist das Teuerste, was ich habe. Aber das riecht übel, und was ist das? Das riecht übel. Dasselbe, ist dasselbe. Also nicht das, exakt das Gleiche, aber es ist aus der, also es ist auch Oudöl. Genau das Gleiche. So riecht es auf der Haut. Okay, aber das riecht actually gut. Ja, ja. Aber sehr sanft, eigentlich riecht man nicht, bevor man dich sieht. Das ist jetzt Oudöl aus Malaysia, das ist ein bisschen sanfter vom, also es ist jetzt nicht so animalisch, nicht so kuhstallmäßig, nicht so extrem kuhstallmäßig. Okay, krass. Ist gut, ne? Das riecht verdammt. Eulich Flamingo. Also, du hast, dann habt ihr die Seite aufgebaut? Genau. Da habt ihr erstmal dann wiederverkauft gemacht von anderen Sachen? Bei, jetzt meinst du, selbstständig gemacht? Also, jetzt, ne, also wir haben dann halt, ich hab dann in der ersten Phase gebrauchte Uhren und halt den normalen, die normale Ware, die vom Parfum haben wir halt angefangen zu verkaufen, meinen eigenen Kaffee, der war auch schon direkt von Anfang an da und so ging's dann los, ne, mit der Mark G. Bauer Lifestyle GmbH. Als erstes nur ich und meine Frau, dann kam meine Schwester dazu, die hat dann so ein bisschen uns entlastet mit den Postings und so weiter. Heute, ja, macht sie natürlich schon noch viel, viel mehr, organisiert alles und so weiter. Meine Frau kümmert sich im Büro um alle Themen, sei es jetzt mit Kunden, Verpackung, Versand und so weiter und das, also alles sehr schnell, sehr groß geworden. Ich weiß, du hast deine Frau woanders gearbeitet hat und so? Ja, ja, ja. Und jetzt, ich meine, wir sind jetzt in Deutschland, sind wir jetzt sieben Leute. Wie viele seid ihr insgesamt? Also, in Amerika gibt's noch zwei und halt hier dann, also sieben. Was habt ihr in Amerika noch? Also, in Amerika gibt's jetzt halt diese eine Person, also derjenige leitet quasi drüben. Ist auch ein Uhrenhändler, den ich schon sehr lange kenne. Der möchte jetzt mehr drüben bleiben aus privaten Gründen und so weiter und der baut das dort halt auf. Ich pendle dann immer. Quasi unter den Namen deiner Firma? Ja, ja, genau. Also, er ist halt beteiligt an dem Unternehmen und da er halt, sag ich mal, im An- und Verkauf von Uhren, Schmuck und so weiter sehr stark ist, ich kenne ihn halt seitdem ich da in der Branche bin, ist es halt ein idealer Partner und mit ihm, ich vertraue ihm blind, er ist einer der wenigen in der Uhrenbranche, auf die man sich verlassen kann. Wenn er was sagt, dann ist es auch so und das ist wirklich normalerweise etwas schwieriger zu finden. Und von daher, ja, es hat sich so ergeben und das war ja von Anfang an immer mein Traum, in Amerika was zu machen und so durch ihn hat sich das halt auch mit schneller ergeben, sagen wir mal so. Nochmal kleine Werbeunterbrechung, Freunde, vielen Dank an Blinkist, dass Sie den Podcast sponsern. Und zwar habt ihr bei Blinkist über 4.500 Sachbücher, die in unter 15 Minuten zusammengefasst sind. Das Ganze könnt ihr euch entweder durchlesen oder ihr könnt es euch anhören. Ich mache das gerne beim Spazierengehen oder jetzt neulich, als wir beim Shooting waren und ich keine Lust hatte, dass mich irgendjemand approacht und mich nervt. Das ist dann meine Art und Weise, mich asozial zurückzuziehen. Mir dann was anzuhören. Und ihr habt dort über 25 Kategorien. Ihr habt von Psychologie über diverse Wissenschaften, Kunst, ihr habt Wirtschaft, also ganz viele unterschiedliche Dinge und Fachbereiche, die ihr euch da reinziehen möchtet, könnt ihr gerne tun. Ihr habt über 40 neue Titel bzw. Bücher, die hinzugefügt werden. Und ja, das Ganze ist wirklich optimal zusammengefasst. Das heißt, ihr hört euch die 15 Minuten an, ihr spart euch eine Menge Zeit und wenn ihr irgendwas wissen möchtet bzw. irgendwas euch super stark interessiert aus dem Buch und in der Kernaussage vertiefen möchtet und verstehen möchtet, wie sie zu der gelangt sind und noch ein bisschen mehr wissen möchtet, dann könnt ihr euch das Buch ja immer gerne kaufen. Das passiert dann auch häufig. Vor allem bei Dingen, wo ich denke am Anfang, dass sie mich überhaupt nicht jucken. Deswegen unten in der Beschreibung habt ihr 25% Gutscheincode auf den Jahresab. Aber ansonsten, wenn ihr denkt, dass alles scheiße ist, was ich rede, dann könnt ihr sieben Tage lang Blinkist kostenlos testen. Viel Spaß mit dem Podcast. Ja, das ist voll interessant. Diese Branche lebt ja im Endeffekt durch zwei Dinge. Einmal durch das krasse Vertrauen und so einen reibungslosen, schnellen Ablauf. Du antwortest sofort, du bist sofort da. Du hinterfragst keinen komischen Extrawunsch, sondern guckst dann, fragst, gibt es noch mehr, was ich tun kann für dich? Super schnell, super vertrauenswürdig. Aber auf der anderen Seite auch diese, ich nenne es mal Leidenschaft zur Extravaganz. Du liebst ja diese ganzen Parfüms und du liebst die ganzen Uhren. Und dann sagst du auch jemandem mal, ey, guck mal, ganz ehrlich, ich verkaufe dir das jetzt, wenn du es unbedingt haben willst, aber Bruder, das ist nicht so geil, mach lieber nicht. Und, also, ja, jetzt gut, über Geschmack lässt sich streiten, aber das ist schon bemerkenswert. Also ich muss sagen, auch damals, ich habe mir so gedacht, Alter, ich weiß, dass du da noch bei Colomboch warst und so, ich habe mir gedacht, Alter, krass, wenn der Junge jetzt noch die richtigen Leute an seiner Hand hat und den ganzen Scheiß selber schmeißen könnte, wäre interessant, was dann passiert. Ja, echt, hast du damals schon gedacht? Wie soll ich sagen, also, Bro, guck mal, im Endeffekt, Marketing ist ein bisschen wie die Sturmabteilung und bei diesen Uhren das ganze Ding hinten dran, das ist ein bisschen wie Hygiene. So, klar, wenn du jetzt die Uhren hast, dann hast du sie, aber du brauchst natürlich auch die Kunden und du brauchst die Relations, du brauchst, das ist doch, guck mal, wenn ich dich jetzt kenne und ich bei dir jetzt eine Uhr kaufe und ich bin top zufrieden damit, warum sollte ich in meinem Leben jemals woanders hingehen? Und dann machst du den ganzen Scheiß auch noch und du, ich war oft in irgendeinem Juwelier oder was auch immer, du kennst mich, ich bin nicht der etipetete Typ. Ja. Ich bin, meine Mutter hat ihr Best, hat wirklich ihr Best, es versucht mich ordentlich zu erziehen, ist aber kläglich gescheitert. Und auch in einem Juwelier kann ich das nicht abstellen, auch da gehe ich mit meinen Schlappen rein mit Socken und frage nach, keine Ahnung wieso, aber mittlerweile bedienen die einen auch, aber nein, was ich sagen will ist, ich finde es heftig, ich finde es krass, also vor allem in einem Jahr mit der ganzen Ungewissheit und so, du musst dir überlegen, du machst Corona, du weißt nicht, ob du diese Uhren verkaufst, dann hast du noch, Bro, das ist ja nicht, also die Leute denken ja, wenn du jetzt zum Beispiel eine Uhr hast, die 50.000 Euro kostet, dass du damit jetzt ultimativ viel Geld machst. Wenn du 10% Marge hast, dann noch das Ganze rumfahren und sowas wahrscheinlich noch machst und wie viele Leute du die dann noch zu Selbstkosten verkaufst, weil die Homies sind von dir und so, also das ist ja echt so, dass du am Ende des Tages, also 10% heißt effektiv, du machst 10 Millionen, da bleibt vielleicht eine Million übrig und die drehen sofort weiter. Ja, also erstmal, du musst natürlich, also wir haben ja Mitarbeiter, also wir machen ja viel Versand und sowas, also das ist ja die Kosten, die wir im Monat haben, die musst du ja auch noch davon dann abziehen, also so ist es ja dann nicht. Die 10% Marge sind nicht Vollkosten, oh mein Gott, ja okay, das ist ja dann. Aber man hat auch gute, guck mal, ich sage auch so, man hat natürlich auch Uhren, also wie soll ich sagen, natürlich hast du auch manchmal Uhren, die du entwickelst, wo du weißt, okay, leg die mal beiseite, da machst du gut Profit. Es gibt auch Modelle, sage ich dir auch ehrlich, natürlich da, also ich will jetzt hier nicht so von wegen machen, dass ich jetzt gar kein Geld verdiene, sondern das läuft schon extrem gut, also du hast manchmal auch schon Modelle, wo du dann halt 20.000, 30.000 Euro machst. Ja, aber kann ja auch andersrum sein. Das vergessen die Leute meistens. Das meine ich halt, also das ist so. Das vergessen die Leute meistens, ja. Mit 10% Marge kann man leben, also jetzt, wenn du noch Vollkosten dann noch reinrechnest und so, aber du machst halt ein paar Fehler, dann bist du halt gefickt. Klar, also es gibt natürlich auch risikoreiche Uhren, da kann man auch mal daneben liegen, das ist halt, klar, man kann auch mal Minus an der Uhr machen, klar. Das ist schon der Fall, ja. Was würdest du sagen, wie hat sich das so entwickelt? Also ich habe gehört in diesem einen Ding, was haben die gesagt in diesem TV-Beitrag oder so, haben die gesagt 10 Millionen Umsatz oder so? Mehr als 10 Millionen Umsatz? Ja, also 10 Millionen, 10 Millionen ist sehr viel, 10 Millionen ist sehr viel. Klar, also, aber ich meine, ich verkaufe ja Uhren, eine Uhr kostet sagen wir mal 300, 400, also das ist jetzt nicht so, also, verstehst du, das ist schon, also der Umsatz, also Umsatz hört sich immer so doll an, also, aber das ist ja bei mir was anderes als jetzt bei Bekleidung oder sowas, ne, also von daher, umsatztechnisch, keine Ahnung, also, wenn du jetzt ein Unternehmen wie Luxury Bazaar anschaust, okay, in Amerika, die sind jetzt, weiß nicht, wie viele Mitarbeiter, 12 oder 13 Mitarbeiter, so, die machen 100 Millionen, so, ne, also, ich sag mal, alles ist möglich, also, es ist jetzt nicht so, dass das Lichtjahre entfernt ist, sondern du musst anfangen und gerade jetzt, in der jetzigen Phase ist es so, ich bin auf einem, in einem Segment spezialisiert, ich kann sehr gut teure Artikel verkaufen, also, wir haben im unteren Preissegment, sag ich mal, diese Datejust unter 10.000 Euro, das läuft von alleine, ja, also, das ist ja business-wise jetzt gesprochen. Also, dass ich neulich gefragt habe und du dann wegen Datejust begegst. Nein, das meint, nein, 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 also, nein, 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 also, Datejust sind sehr, sehr gut, ich liebe Datejust und, ich liebe Datejust und, aber natürlich, das wird quasi automatisch abgewickelt, ne, also, da kann man sagen, was da war, also, ich war, na, also, was, was war, also, na, ich hab nur gesagt, wenn er eine Datejust haben möchte, soll er bitte über die Webseite kaufen, was hab ich gesagt, was hab ich gesagt, ich hab das gesagt. Ich hab so einen Homie, der hat halt so gefragt nach so, äh, nach einer Beratung und der Typ verdient auch wirklich nicht wenig Geld, äh, also, der macht da wirklich, also, enorm, wenn man enorm sagt, dann ist es, äh, der ist achtstellig und der hat dann so, der ist ja gar nicht drin und der hat dann halt irgendwann gemerkt, so, dass er halt irgendwie, da, wo der jetzt halt ist, dass er irgendwie ne Uhr braucht, weil, ah, okay, weil der ist, also, null in diesem Ding drin und das ist ein sehr helles Kerlchen, aber der hat dann irgendwann gesagt zu mir, Bro, äh, ich muss mir ne Uhr kaufen, ich hab aber keine Ahnung von Uhren, kannst du mich mit Marc in Verbindung setzen, dass der mir kurz irgendwie, was immer ich mir da für eine Rolex kaufen soll, die jetzt nicht irgendwie prollig ist, aber damit da jeder weiß und so weiter. Ich war so, okay, weird, egal, okay, ich versteh, was du meinst, trotzdem weird, dann hab ich dir irgendwie geschrieben und dann warst du so, ja, Bro, wenn der eine Datejust braucht oder so, der soll einfach auf die Webseite gehen, das brauch ich nicht selber machen. Nein, das ist, also, für diesen Bereich, da mach ich ja jede Woche, machen wir ja Videos, gerade zu dem Thema, ich weiß, ich guck mal, Ich kenne auch bei normalen Juwelien, die schreiben mir nur, ey, Sub, Daytona und die Leute auch, die bei uns anrufen und sowas, natürlich jeder, also die Leute wünschen sich natürlich, dass ich individuell darauf eingehe. Ich hab versucht oder ich schaffe Punkte, um mit mir zu kommunizieren, sagen wir mal bei Twitch, wenn da jemand ist, ich beantworte hundertmal die Frage, welche Uhr für 5000 Euro die beste Uhr ist, okay? Aber die hätten noch hundertmal einzeln zu beantworten. Genau, aber halt mit dem Telefon ist ein bisschen schwierig, weil das ist am Ende, das hört dir nicht da auf, weil zum Beispiel, dann schreiben die Leute mehr und dann, und das Problem ist, wenn ich dann nicht antworte, warum auch immer, weil ich irgendwie dann, ich wäre genauso, ich würde dann sagen, guck mal, ich schreibe dem Typen, der antwortet mir nicht. Also von daher, ich versuche das so ein bisschen zu vermeiden. Ich denke mal, in einem halben Jahr habe ich es, also wird es mir möglich sein, so ein Direkt-Service quasi in meinem Namen anders. Zurzeit machen wir nur E-Mail. Wenn jemand eine Frage hat, muss alles per E-Mail gemacht werden, weil da kann man sich die Zeit nehmen. Da haben wir einen Mitarbeiter, der sehr fähig ist, das schön immer mit Video-Links und so weiter belegen kann. Aber so mit Telefon, WhatsApp und so weiter, da sind wir noch nicht. Aufgrund des Marktes läuft es gerade einfach gut, so wie es ist. Und wir können es halt so einfach weitermachen, ohne uns jetzt noch krasser zu verbiegen zu müssen, weil das Telefon steht sowieso nie still und dann fragen die Leute und fragen und fragen und fragen, was ja auch gut ist, aber viel ist davon auch Zeitverschwendung und wir versuchen dann, die Leute auf E-Mails zu lenken, weil da investieren die Leute erstmal Zeit, setzen sich hin, schreiben ein E-Mail und so entsteht dann halt ernsthafte Anfragen. Ja, verstehe ich. Wenn du kommst und dann nochmal eine Datejust verkaufst, mit der du effektiv kein Geld verdienst und dann musst du aber nochmal drei Stunden erklären, ist das jetzt eine Wertanlage oder nicht? Und ja, die klassischen Fragen halt. Ja, ja. Ja, was passiert jetzt weiter? Du wurdest immer fertig gemacht dafür, dass du Englisch sprichst in deinen Videos? Die Leute, ne. Das ist wirklich, also unter jedem, also ich habe mal so... Kannst du sagen, was du vorhin gesagt hast zu Leuten, die das... Also, nein, ich habe gesagt, ich habe gesagt, dass mich das aufgeregt hat. Ich habe, das hat mich aufgeregt und ich habe das bei YouTube, wenn man es schreibt, wenn man einen Kommentar schreibt mit Englisch, Deutsch, dies, das, wird es direkt geblockt. Warum? Wenn ich, und wenn ich, weißt du, wenn es mir zu gut geht, dann schaue ich in die geblockten Nachrichten rein. Dann will ich immer, Bruder, warum, ich kann kein Englisch, ich kann nicht das, warum redest du das? Oh, dieses Englisch regt mich auf und so weiter. Wie kann man nur so Englisch reden? Aber Bro, du drückst rum. Was hast du vorhin gesagt? Was ist, welchen Beruf üben die Mütter aus von den Leuten? Das stimmt gar nicht. Nein, nein, nein. Das stimmt nicht. Nein, nein, nein. Nein, aber mit Englisch, das war schon eine Zeit lang natürlich schwierig. Wir haben konstant jetzt mit Untertiteln gearbeitet. Das ist aber fett, also das muss man ganz kurz sagen, das sind ja keine auto-generated Untertitel. Nein, ich habe eine Person, die macht nur das. Ja. Also, und wenn wir jetzt über Parfum reden und über Inhaltsstoffe, das ist schon ein Act, das zu übersetzen. Bro, das ist ein fetter Act. Vor allem, ihr übersetzt ja nicht nur sinngemäß, sondern ihr übersetzt auch, wenn zum Beispiel die Leute einen Fehler machen und ihr schreibt dann auch wirklich das, was beabsichtigt worden ist, zu sagen. Genau. Also, ich gucke mir deine Videos immer mit Untertiteln an, weil ich das so faszinierend finde, weil ich selber, ich wollte auch Podcasts machen mit Leuten aus Amerika und so. Stimmt, das auch machen wir. Ja, ja, ja. Genau, und ich wollte eigentlich Synchronsprecher machen, aber Synchronsprecher würde, was würde kosten für einen Podcast? 12.000 Euro. Was? 12.000 Euro würde es kosten, dass ich einen Podcast synchronisiere. Die haben mir alle gesagt, mach nicht, mach nicht. Ich war so, oh, ich habe schon Bock zu machen und die sagen so zu mir, bist du behindert eigentlich? 12 ist sehr viel. Ja, ich würde die irgendwie noch auf 6 drücken oder so. Also, ich sage mal, für ein Video würde ich bei Synchronsprecher so zweieinhalb wäre ich korrekt. So mein Gefühl, ich sage so zweieinhalb. Ja, das Problem ist halt wegen den zwei Stunden. Ja. Oh mein Gott, zwei Stunden. Oh mein Gott, stimmt. Dann habe ich gar nicht gedacht. Ja, okay. Das ist das. Ja, ja. Das ist das. Zwei verschiedene Stimmen, weil zwei sprechen. Und dann nochmal vertonen. Ja, okay, das ist schon viel Arbeit. Ja, stimmt. Weil jetzt selber mich dann nochmal hinsetzen muss. Alles selber machen hätte ich das auch nicht so. Nee, das schaffst du auch nicht. Bei uns ist natürlich viel günstiger. Das sind 10 Minuten, 15 Minuten Videos. Ja, gucke ich aber trotzdem. Da muss ich mal gucken, ob man das, wie man das macht mit den Untertiteln, weil das ist, also ich würde vielleicht sogar mit Untertiteln erstmal anfangen, dann gucke ich mir das mal an. Aber ich finde den Move geil, weil bei dir ist natürlich eine andere Absicht. Ich will englischen Content Deutschen zur Verfügung stellen. Ah, so rum. Genau, das quasi ich auf Englisch mache und dann das auf Deutsch ist. Okay. Und bei dir ist ja andersrum. Und Leute lachen dich aus, sagen, ey, wieso spricht der Englisch so, bla bla. Und jetzt mit Logan Paul gechillt, du kleiner. Das Video kommt ja noch. Also genau. Hast du das Video mit dem gemacht? Also Logan Paul, sein bester Freund Mike und Logan, die waren in Dubai und Mike vloggt die ganze Zeit. Mit dem habe ich mich getroffen. Logan habe ich am Ende, also natürlich sollte er auch im Hotel mit dabei sein, aber er hat auch geschlafen. Und ich habe ihn nur am Flughafen dann getroffen. Aber super nette Leute und alles gut. Und wir haben am selben Tag noch mit Mo Vlogs gedreht. Hat auch über 10 Millionen. Der bekannteste YouTuber in UAE. Und ja, also ich habe mit... Ein Emra nach dem anderen. Also nein, ich meine, das war von jeher halt so mein Gedanke. Uhren als solches, die Thematik einer Uhr ist international. Und auch wenn die Leute schreiben, ja, deine Abonnenten sind zu 90% oder zu 99% aus Deutschland. Erstmal stimmt das nicht. Und es braucht nur eine Person. Das verstehen die Leute nicht. Es braucht nur einen Käufer aus Übersee. Und dann hat sich alles schon... Also dann ist alles schon vorbei. Ich brauche nur einen aus Singapur, Malaysia oder Hongkong oder dies. Nur eine Person. Mein bester Lieferant, musst du dir vorstellen, mein bester Lieferant für 36 Millimeter Datejust Uhren. So, dass davon verkaufen wir in der Woche sehr, sehr viele Uhren. Sehr, sehr viele. So wie so eine... Wie Popcorn in einem Kino. Ja, wirklich. Also Datejust 6 Nice ist die beste Uhr. Aber auch für die Leute. Also so eine Uhr kostet 6.000... Wie würde Faris die Uhr nennen? Kellner Rolex. Ach so, ne? Ja, okay. Ja, und... Den Toner nennt, der weißt du, wie den Toner nennt? Dönerverkäufer Rolex. Echt? Ja. Er hat mir... Wir haben letztens telefoniert. Ich habe mich tot gelacht. Er hat eine neue Uhr jetzt. Also das ist eine Trainingsuhr. Die Pepsi. Wenn man eine Basketball spielt, hat er gesagt. Ja. Naja, auf jeden Fall, den Lieferanten habe ich nur kennengelernt wegen den Videos. Die wurden auf mich aufmerksam, haben mich angeschrieben und viele Business Relations sind nur wegen den Videos entstanden und natürlich muss ich die auf Englisch drehen. Also das ist doch logisch. Meinst du jetzt Mike oder Logan oder Mo Vlogs, die würden mit mir... Die würden nie auf dich aufmerksam, weil sie Sprache nicht sprechen. Genau. Aber Digga, ich finde das übel geil, weil erstmal, ich muss auch sagen, ich habe ja früher ganz viel diese ganzen Uhren-YouTuber angeguckt und entweder haben die übel den Stock im Arsch, sind krasse Nerds und erzählen die übel gut, wie die Uhr funktioniert, aber sind todeslangweilig. Oder hast du diesen Eric, WatchEric, der aber halt so ein bisschen... Seine eigene Art. Der hat seine eigene Art. Ich feiere dem seine Art, aber der war dann auch nicht so, wie soll ich sagen, so driven, wie du es jetzt vielleicht warst. Aber ich glaube, du hast es nicht mitbekommen. In Amerika, das meine ich jetzt ernst, hast du wahrscheinlich nicht mitbekommen, jeder. Jeder Händler fängt es mit YouTube an. Jeder Händler. Ja? Jeder. Also ich finde es echt krass. Es hat... Also jeder hatte so... Du hast WatchEric gehabt und Roman Schaaf, der hat auch so eine Show gemacht, okay? Dann ging es los mit Timepiece Gentleman oder so. Und in Amerika ist das Format anders. Die Filme... Also das YouTube-Video dauert über eine Stunde. Oh Gott. Also so wie bei D-Max quasi. So eine Woche begleitet und so. Ganz anders, ganz anders. Ist okay, so. Ist jetzt nicht mein Style, aber ist halt komplett anders. Und mittlerweile, ey, jeder macht einen YouTube-Kanal. Das Spannende... Also jeder Uhrenhändler. Und das Spannende daran wird auch sein, dass sich das auch wieder sondiert. Jetzt gerade hat man so eine Phase, jeder macht das. Aber du siehst bei den Leuten, das sind jetzt keine Entertainer und verpacken das jetzt. Es ist ruhiger. Nein, die sind halt dort in dem Laden und sagen jetzt, ey, jeder macht YouTube. Jetzt müssen irgendein Mitarbeiter von euch YouTube machen. Wer hat die schönste Fresse und ist halbwegs der charismatischste. Geh du jetzt nach vorne. Ich habe doch eigentlich gar keinen Bock darauf, das zu machen. Dann machen die das. Das ist wie wenn, keine Ahnung, jetzt anfangen würde irgendwie die Social-Media-Abteilung für jemand anders zu machen. Das spüren die Leute, dass es einfach nicht geil ist. Ja, und dann kommen auch die ersten Fehltritte. Meine Audience wird es kennen. Timepiece Gentleman hat quasi so ein Scam. Also sie haben quasi vorgegeben, abgehauen zu sein. Wie abgehauen zu sein? Also die haben gesagt, okay, wir machen jetzt irgendeinen Reporter. Wir machen alle unser Handy aus. Alle machen unser Handy. Keiner geht ran. Und dann hat eine Webseite geschrieben. Timepiece Gentleman sind abgehauen. Und haben mir so gezeigt, die Büroräume, da war sowas abgekratzt und so weiter. Dann war fünf Tage still und dann sind sie wiedergekommen und haben gesagt, ah, wir wollten nur darauf aufmerksam machen mit Awareness für quasi Social-Media. Und dann haben sie noch so einen Spendenaufruf dann gestartet. Da ist alles voll nach hinten losgegangen. Und ja, ist aber spannend. So kriegt man, in Amerika geht es einfach. Es ist einfach anders. Hä, warum haben wir das gemacht? Also nach dem optimieren Rapper sein Instagram löscht? Alle haben halt darüber gesprochen, die ganze Welt. Alle haben gesagt, ja, wie, die sind abgehauen. Was mit den Uhren, Kommissionsuhren, was mit den Leuten. Die haben jetzt einen Exit-Scam gemacht und so weiter. So, weißt du, so war das. Und ja, Amerika ist auf jeden Fall ein anderes Geschäft. Ja, krass. Nee, aber ich muss sagen, also jetzt auch, wenn ich mir das jetzt angucke, du bist ja schon einer der besten und geeignetsten. Bojerek ist Baba. Bojerek ist auch nett. Der hat sich, der hat sich, wusstest du, das wusstest du nicht, der hat sich exakt zur selben Zeit selbstständig gemacht. Auch gleiche. Der hatte doch auch mit, der war doch CRM. CRM war der, CRM Jewelers. Und das war dem sein Cologne-Board zunächst. Da war der auch nur Händler. Gleich, exakt gleich. Same shit. Ja. Mit dem musst du eigentlich mal was machen. Ja, ich habe, also wir schreiben und so. Ich werde dir auf jeden Fall alle besuchen gehen und so. Das steht schon fest. Und es ist sehr, sehr netter auch. Ich feiere den Typen. Also der ist im Endeffekt, der ist eigentlich du in asozial. Der ist auch lieb. Der zieht sich nur ein bisschen anders an. Nein, der ist schon asozial. Ich feiere den. Okay. Ich mag das. Ich kaufe gerne von solchen Leuten, denen ich das abkaufen kann, Sachen. Der liebt Uhren auch. Wirklich aus seinem Herzen. Weil sonst hast du so Leute so, oh, zeig mal die Uhr. Ja, die ist übel toll. Oh, die steht hier so gut. Und dann, zeig mal die. Ja, aber die ist auch krass. Die steht hier. Oh mein Gott. Die ist ja sogar noch krasser. Vielleicht die andere. Besser. Ja, ich auch. Ich auch. Ich auch. Dann denke ich mir so, Bro. Ich habe allein deswegen gar keinen Bock, was zu kaufen. Aber ich habe, oh, apropos, apropos international, da habe ich Dinge mitbekommen. In dem einen Video nimmst du immer Bahrein. Ja. Nein, wo dieser Dingscam war. Und das war krass, what the fuck, was da passiert, Junge. Ja, du hast halt einen. Ich habe das Video gesehen, aber. Also es gibt halt einen, in Bahrein gibt es einen, einen Händler, der macht auch Parfum und hat halt mit Uhren angefangen. Schon die Familie macht schon seit 150 Jahren Parfum und so weiter. Haben jetzt da halt in dem anderen Bereich gestartet. Und die haben Kontakt gehabt mit jemandem namens Thomas Bauer, der halt, das wusste er natürlich nicht, der war schon dort auch im Gefängnis. Und irgendwie kamen die in Kontakt und so weiter. Und der meinte halt in der ersten Instanz, ja, hör mal, falls du Uhren brauchst, ich kann, ich bin Deutscher, ich kann Kontakt herstellen zu Wempe für den Einkauf. Und ich arbeite auch noch halt für eine Bank und so weiter. Und wir können halt auch einen Letter of Credit geben. Das heißt, du musst die Ware erst nach 30 Tagen bezahlen. Was sehr attraktiv? Sehr, sehr, sehr. Bis dahin hast du die Uhren schon gedreht. Und dann so, ja, okay, bla, bla und so, alles super. Dann, er war halt in Dubai. Also kurz für euch, wenn er sagt, du hast die Uhren schon gedreht, also im Endeffekt, du brauchst kein Cash geben und du hast halt schon Geld verdient, bevor du überhaupt zahlen musst. Genau, also Rolex-Uhren bleiben in der Regel eine Woche oder zwei Wochen da, dann ist es schon gekauft. Ja, und dann ging es halt los. Dann hat er ihm halt das Ticket bezahlt und so weiter nach Deutschland und eins zum anderen und so. So, und haben dann alle Kosten übernommen. Und dann irgendwann kam er dann halt auf mich, also der Besitzer aus Bahrain, hat dann gesagt, okay, hier mit Marc und so würde ich gerne zusammenarbeiten. Und meinte, ja, ich kenne ihn auch, wir arbeiten auch zusammen. Und meinte er, okay, krass und so weiter, würde ich natürlich gerne mal kennenlernen und so. So, ich würde jetzt aber als erstes dir die und die Uhr kaufen. Meinte er, okay. Und war 57.11 Uhr und eine Offshore. Zusammen 100, 135.000 Euro. So, und dann hat er ihm das Geld halt gegeben. Dann hat der Thomas Bauer auch einen Vertrag fertig gemacht über sechs Seiten und so weiter. Alles super gefakt. Aber wieso, also wieso gibt der Typ aus Bahrain dem anderen, also wieso wickelt er das Geschäft nicht erstmal mit dir einfach direkt ab? Der Thomas Bauer hat ihm gesagt, guck mal, wenn du es durch mich machst, bekommst du einen besseren Kurs. In der nächsten Instanz wirst du sehen, wie das Ganze gekommen ist. Natürlich musst du sehen, in diesen Ländern ist die Kriminalität sehr niedrig. Sodass jemand sowas betrügt und sowas. Oder choppen wir direkt. Also, nicht das, aber man kennt es einfach nicht so sehr. Naja, und dann hat er ihm halt gesagt, okay und so, hat diesen Vertrag gemacht, hat ihm das Geld gegeben. Und dann ging es halt dann von einer Geschichte auf die nächste. Ja, jetzt geht es nicht, jetzt Dings. Und ich hatte die Uhren währenddessen natürlich schon verkauft dann. Und die waren auch von der Webseite. So hat er dann gedacht, okay, die Uhren sind halt wirklich rausgenommen. So, und dann, ja, nein, und dauert noch länger und dauert noch länger. Und dann halt, hat derjenige dort Stress gemacht. Und hat dann halt gesagt, okay, ich muss aber jetzt abholen. So, und dann hieß es, ja, okay, der Herr Gebauer, die Eltern sind gestorben. Ja, aber das habe ich auch gesagt. Ja, und dann auf einmal an einem Tag, ich weiß nicht, Freitag oder so, Viktoria bekommt so Anruf, so Nummer 9, 7, irgendwas. Und dann so, ja, habe ich reingegangen und dann so, ja, es tut mir sehr leid, um die Eltern und so weiter. Ich habe gesagt, ja, eigentlich alles okay. Also, okay. Und dann, ja, ich wollte nur über die Bestellung sprechen von den beiden Uhren und so. Habe ich gesagt, ja, ich habe jetzt keine Uhren bestellt. Um welche, woran geht es denn? Ja, 57. Habe ich gesagt, wenn der Preis okay ist, dann, ich kaufe die gerne, ne? Nein, nein, sagt er, ich habe von dir welche gekauft. Ich sage, hör mal, ich habe hier keinen Auftrag nach Bachrein, sorry. Also, ah, okay, ich melde mich wieder. So, und dann hat er halt hinterher so eine lange E-Mail geschickt und hat halt alles dann erklärt. Und so kam das dann zustande. Und das ist aber nicht das erste Mal, okay? Das allererste Mal war ein Scam von einem Sohn von einem Kellner. Der hatte bei Ebay Kleinanzeigen seine Uhr inseriert, Submariner Date. Und wurde dann angeschrieben von vermeintlich einem Mark Gebauer, der ihn nach Köln in seinen Loftwohnungen einlädt, um bar diesen Deal abzuwickeln und so weiter. Von der Rolex Hub. Von der Rolex Hub, so, weißt du. Und der ist natürlich da nicht hingegangen und so weiter. Also, es ist wirklich sehr, sehr gefährlich. Von daher, ich werde euch nie anschreiben, ne, das Nummer so. Ich hatte eine ähnliche Nummer tatsächlich gerade. Ich war auf Wohnungssuche und so. Ja? Ja, also jetzt nicht mit Uhren, sondern mit Wohnung. Und dann habe ich so ein Inserat bekommen. 150 Quadratmeter für 400.000 Euro. Also, okay, geht so, kaufe ich sofort. Und dann war, also, ne, auch hier selbes Ding. Das kriegst du ja sofort mit der Bank gedribbelt. Da brauchst du ja gar nicht selber die Kohle bringen. Das Ding flippst du ja gefühlt. Also, weißt du, ich meine, renovierst du und dann flippst du das Ding. Selbst mit Steuern machst du ein dummes Geld, wenn die so günstig ist. Und dann steht da auf einmal, ja, ich soll doch Reisepass schicken. Nein! Und ob man das nicht in Bar abwickeln könnte. Und ob wir uns jetzt nicht da und da dann treffen könnten und so weiter. Hier aber in Deutschland? In Stuttgart. Nein. In Stuttgart. Ey, bei solchen Sachen musst du mir Bescheid sagen. Das wäre ein Killer-Video. Wir würden mit den Jungs hinfahren. Boah, das wäre so super geworden. Ich hab die noch. Das ist zwei Wochen alt. Also, ich hab das... Hast du da nicht drauf geantwortet? Ich hab das der Polizei geschickt. Ah, okay, sehr gut. Das ist das Wichtigste. Das sollte man immer machen. Also, sowas immer... Also, immer wenn da irgendwas anders ist und too good to be true sofort. Was? Alter, was ist das denn? Aber du gehst dann halt hin, ne? Und die wollen nur wissen, dass du das dann hast und dein Pass... Boah, ich will gar nicht wissen, wie viel... Also, wie viel Mist da schon passiert ist. Wie viel die schon abgezogen haben. Ja, extrem viel. Hat mir halt so einen rumänischen Pass geschickt von der Frau, der das scheinbar gehört und so. Ah, okay. Ja, also, die haben wahrscheinlich der Frau sogar den Pass geklaut und mit dem Pass dann hausieren und so. Also, es ist wirklich richtig eklig. Es ist wirklich richtig eklig. Also, ich kann euch nur eins sagen, Leute. Also, ich werde euch nie anschreiben, um irgendwelche Uhren bar abzuwickeln, denn wir sind ein bargeldloses Unternehmen. Also, bei uns gibt es kein Bargeld. Das ist wichtig, Alter. Also, wer heute noch mit Bargeld, vor allem zu so Niedrigzinszeiten, durch die dein Geschäft floriert. Ja. Aber inwieweit bist du von sowas abhängig? Von Krieten? Ja, generell jetzt gerade durch diese Niedrigzinsphase und so. Also, man merkt halt, dass die Leute sehr viel Interesse haben, kein Geld so zu besitzen, sondern Gegenstände. Also, ich bin ja auch, ich muss Strafzinsen zahlen. Ein halbes Prozent. Ja, also, ich habe in der letzten Zeit, haben viele Leute halt in Portfolio, wir haben also auch so Portfolio-Management, wo wir halt dann Sachen, Pakete zusammenstellen. Wenn man jetzt sagen, das beginnt so, glaube ich, ab 300.000 Euro kann man sich bei uns melden. Und dann können wir halt so Pakete zusammenschnüren aus Uhren, die ich speziell nur dafür eingekauft habe. Die sind auch jetzt meistens nicht auf der Webseite. Wo man halt gut prognostizieren kann, wie die sich in der Zukunft verhalten. Es sind halt meistens sehr spezielle Sets an Lieferumfang und so oder Double-Sealed, also vom Patek doppelt verschweißte Modelle. Und das beeinflusst mein Geschäft schon sehr positiv. Also, viele Leute, wir hatten jemanden, der hat seine Wohnung verkauft, hat dann alles in Uhren gesteckt. Und die Rendite ist natürlich erstens besser und zweitens, man ist flexibler. Man kann jetzt die Uhr ein Jahr behalten oder auch länger. Man kann die Uhr mitnehmen, man kann die Uhr woanders verkaufen. Bei einer Wohnung ist es halt statischer, aber jeder soll sein Ding machen. Also, mein Leben lang habe ich nur Uhren gemacht. Die Sachen, die ich dort vorweisen kann, sind halt sehr hoch von dem Geld. Also, ich meine, wenn man eine AP letztes Jahr gekauft hat für 20.000 Euro, ist sie jetzt 35 wert. Also, zeig mir mal bitte in dem Bereich einen Gegenstand, womit man solche Sachen erwirtschaften kann. Ja, das ist krass. Also, ich hätte das auch nicht gedacht. Also, ich habe damals eigentlich das mir nur so halt aufs Pfannen geholt. Ich habe jetzt auch nicht so, also, ich muss schon sagen, dass ich dann geguckt habe, so, ey, was kostet das? Auch die Daytona natürlich, beide wurden. Ja, ja. Und ich habe mir da so gedacht, boah, ich könnte jetzt mir, ich könnte jetzt die Uhren verkaufen, könnte ich mir zwei Wohnungen auf 0% Finanzierung einmal richtig schön jetzt mir holen. Und dann denke ich mir so, okay, behalte ich jetzt die Uhr oder kaufe ich mir eine Wohnung von? Also, verkaufe ich die Uhr, dann habe ich mir auch gedacht, so. Also, zum Beispiel die AP, ja. AP ist eine Marke, du wirst noch sehen, so eine Uhr wird kosten 50.000 Euro. Als ich jetzt geguckt habe, war die auch irgendwo bei 42 oder so? Nein, nein, ein bisschen weniger schon noch. Ja, ja. Verpiss dich. Verpiss dich. Die Finanzposte. Party-Animal. Marc, jetzt seht, wie ihr letztes Jahr reich geworden ist. Ja, ist okay. Ja. Ich habe was mitgebracht. Geschenk, ich weiß nicht, wo es ist. Ich habe wieder ein Geschenk. Ja, ja. Du verschenkst mich zu dir, du hast es verdient. Boah, alles gut. Gib ihm das, Nicola. Das von Tim. Nein, oder? Nein, meins unten. Danke dir. Das haben wir verdient. Danke. Also deins ist unten, das für, okay. Das ist Nikola, Nikos. Das ist auch für deine Eltern, ne? Ja, ich will es, aber ich darf es den Block von dir ausmachen. Ja, okay. Machen wir gleich. Ja, machen wir gleich auf. Wie lange dreht ihr noch ungefähr? Wie viel haben wir gerade schon gedreht? Eine Stunde? Ja, dann eine Stunde machen wir noch. Okay, ich gehe kurz ins Fitness. Okay. Du bist noch da, Marc, dann auch, ne? Nee. Ich schlafe hier, ja. Okay, fährst du hin. Bis dann. Sag ihm, fährst weg. Ja. Ey, der Wagen, den Juhl ist auch Baba, Digga. Ja, danke nochmal an Porsche Dortmund, dass sie mir das ermöglicht haben. Danke, Mann. Danke, Mann. Nee, sehr schönes Auto. Wird jetzt noch beklebt und so, freue ich mich sehr drauf. Was geht ab, Freunde? Marc zeigt euch heute, wie ihr euer eigenes Online-Business aufbaut. Ja, nee, auch schönes. Also ich genieße es, damit zu fahren jetzt und so. GT3 hast du geholt? GT3, ja. Ich habe den noch nicht gesehen, lass es später kurz angucken. Ja. Und oder eine Runde brettern, während Nico noch im Gym ist. Sollen wir heute extra früh fertig werden, damit wir ohne Nico eine Runde brettern können? Es haben sowieso nur zwei Leute Platz drin, also ja. Perfekt. Nee, aber geil. Nee, früher hast du ja noch den alten Porsche gehabt, hast du den noch? Nee. Schade. Also den GTS oder was? Den schwarzen? Den schwarzen? Also ich hatte Turbo, dann GTS. Du hast doch den alten Turbo 911? Nee, den habe ich nicht mehr. Der ist schon sehr lange weg. Ja, der war aber cool. Der war auch schön, ja. Aber ich habe jetzt meinen GTS noch und der kommt wahrscheinlich auch jetzt bald weg. Hauen wir was Neues und dann, ja. Ich liebe Porsche, aber ich bin viel zu geizig, um mir ein Auto zu holen. Ich brauche es auch eigentlich nicht. Also ich sage mal so, mit dem GTS, das war ja ein Jahreswagen und ich habe den umsonst gefahren. Also ich habe plus minus in einem Jahr jetzt also nichts platt gemacht, dadurch, dass der Markt auch da so knapp ist. Jetzt gerade, das kann man nicht für die Zukunft sagen, aber von daher, man kann, sag mal, wofür arbeitest du? Muss man ein bisschen, das ist auch bei den Leuten, die jetzt nur aus Investmentgründen halt, die jetzt, also man muss auch manchmal gewisse Sachen kaufen, einfach weil man auch selber Spaß daran hat. Ja, ich meine, du hast ja gesehen, du bist jetzt hier durchgelaufen und du siehst es ja, also... Du steckst das Geld halt hier in die Firma, ne? Ja, muss jetzt nicht unbedingt intelligent sein. Entweder wird es gut, also sehr gut laufen oder es wird dann katastrophal floppen, kann ja auch sein. Ich bin halt geizig, aber ich denke mir halt auch so, oh, so ein Turbo S in Silber Cabrio wäre schon ein Baba. Aber dann denke ich... Also guck mal, bei mir ist es so, ich sage dir ganz ehrlich, also ich habe auch mit Victoria manchmal solche Diskussionen... Wie gehört das auch dazu? Ja, also, aber das hat ja was, zum Beispiel, ich fliege nur First Class, nur. Also ich fliege, also das ist halt, ich fliege nur First Class, aber das hat auch, ich weiß nicht, kennst du Dan Penner, dieser, derjenige, der immer im Anzug ist, diese Dreiteiler, der immer so ein bisschen rumschreit und so. Guck mal, also man muss auch selber... Ah, doch, doch, warte, ist es nicht dieser, ist es der Asiate? Ne, der kommt aus... Ne, das ist dieser Lok, heißt der. Der ist aus, also der ist in England oder Schottland wohnt der und so weiter. Ne, kenne ich nicht. Er hat etwas radikale Ansichten, aber er sagt halt, damals war es so, dass er immer zu den Autohäusern gegangen ist, zu Rolls-Royce und so weiter und hat halt das Leder so gerochen und dadurch wusste er, was er halt erreichen möchte, ne, so und ich mache das zum einen natürlich, ich lerne in den besten, oder wenn ich jetzt, warum nehme ich immer die teuersten Hotels? Weil ich natürlich Sachen sehe, die ich auf mein Geschäft übertragen kann. Das ist Inspiration, Digga, also so jetzt die einen sagen, das ist abgehoben, du bist übel, der schnöse, aber ich fühle komplett, was du meinst. Du arbeitest im Luxussegment und dann siehst du zum Beispiel, ey, wie bedient dich eine Frau in einem Hotel und dann sagst du, ey, dieser Teil des Services, der ist mir noch nie irgendwie aufgefallen in einem anderen Segment, aber ich kann ihn ja auch bei Uhren bringen und bei Parfums. Also ich habe zum Beispiel im Armani-Hotel war es so, die hatten ganz einzigartige so Vanity-Kits, also für Ohrstäbchen, die ist das, Zahnbürste und sowas, wirklich sehr, sehr krass. Alles, was du vergisst und keinen Bock hast zu packen. Genau, und dann habe ich mir gedacht, okay, das möchte ich quasi für mich selber als Untermarkt-Gebauer auch herausbringen, weil ich, wenn ich auf Reisen bin, ich bin viel auf Reisen, ich möchte nicht noch dann Haarspray reinpacken und so weiter und das hätte ich niemals, dieses Produkt, das wir jetzt gerade entwickeln, hätte ich niemals machen können, ohne diese Inspiration und genauso im Flugzeug ist es auch, natürlich mache ich auch Videos darüber, dadurch sind die Kosten dann quasi wieder plus minus, also das nimmt sich schon gut was, aber diese Sachen, ich mache das, um meinen Horizont zu erweitern, nur wenn ich in die besten Hotels gehe, nur wenn ich auf die beste Art und Weise fliege, weiß ich, was ich übertragen kann auf mein Geschäft. Das ist so. Boah, das ist voll interessant. Und darum solltest du dir auch gewisse Sachen wie ein Auto oder sowas, sowas motiviert dich ja weiterzumachen, also solltest du daran Spaß haben, manche Leute haben keinen Spaß daran. Ich habe übel Spaß daran, ich habe übel Spaß daran, aber ich bin so, weißt du, ich bin so auf der anderen, hier arbeiten jetzt auch mittlerweile fast 30 Leute und dann denke ich mir so, ey, was macht das erstmal für einen Eindruck vor denen? Das spielt gar keine Rolle, da habe ich noch nie drüber, da habe ich noch keinen Gedanken dran, also das, was andere Leute von mir denken, da habe ich noch nie einen Gedanken dran verschwendet. Ja, aber ich denke mir dann so, okay, denken die jetzt, dass ich jetzt hier gerade irgendwie Cash rausfeuere und denen irgendwie dann weniger zahle oder dass die jetzt hier unfair behandelt werden? Jeder, der so denkt, ist in deinem Umfeld nicht, der bringt das, jeder, der diese Art und Weise, der diese Art und Weise, der so denkt, mit dem möchte ich nicht zusammenarbeiten. Die Mitarbeiter, die wir haben bei uns zum Beispiel, bei denen spielen diese, die eine Person, die jetzt zum Beispiel E-Mails und so weiter alles macht, die ist materiell, also habe ich zumindest das Gefühl, materiell interessiert den Null. Hast du meine Schwester und so weiter, das ist natürlich auch nochmal Familie, aber so dieses Denken, da reagiere ich ganz allergisch drauf, also von daher, bei sowas ist so jemand im Umfeld, würde ich direkt rausnehmen. Ja, ist voll schwierig, Alter, also ich mag Uhren, jetzt bin ich frei davon. Ja, ist voll schwer, ich sage es dir ehrlich, weil ich bin so, ich denke mir einerseits, okay, jetzt, ich könnte, dann denkst du, oh, ich könnte jetzt, keine Ahnung, ich könnte jetzt irgendwie was Vernünftiges machen, ich könnte mir jetzt eine Wohnung kaufen mit der Kohle oder ich könnte mir jetzt drei Jahre Leasing für so ein Ding holen oder ich könnte mir so einen Wagen kaufen oder du hast ja gesehen, was wir da jetzt zum Beispiel machen, das ist ja auch, da reden wir auch über mehr als eine Million Euro und nicht, dass das jetzt, boah, das ist voll schwierig zu sagen, ich will auch gar nicht in der Öffentlichkeit so wirken, als sei mir das jetzt so todeswichtig, ich habe da übel Spaß dran, aber ich denke mir dann auch so, ist das jetzt, bin ich dann auch so einer, der jetzt quasi nur bling bling und, guck mal, du könntest bei mir sagen, aber da bin ich doch das beste Beispiel, also ich gehe in den teuersten Restaurants essen, ich bin in den teuersten Hotels, ich fliege First Class, Auto, egal was und am Ende, guck mal, ich kann genauso mit jedem anderen sitzen oder mit Holger hier von Montel Döner Review machen, einfach weil, ich sage so, mein Herz ist, was sowas angeht, rein, wenn du mir das Auto weckst, ist mir doch egal, also von daher, wenn du es einfach rein machst, ohne jetzt vor jemand anderem toll darstellen zu wollen, dann muss man sich da, glaube ich, keine Sorgen machen, also ich bin da, also ich kann, ich kann so Döner essen, auch wenn ich einen Anzug trage und genauso kann ich auch im Autohaus mit dem Vorstand sprechen, also von daher, du musst dich da freimachen, aber ich habe schon, also ich hätte auch so, also ich habe mir schon vorstellen können, dass du so denkst, dass du dann dir Gedanken darüber machst, wie halt die Außenwirkung auch auf Mitarbeiter und so weiter ist, ja, das ist, das zum Beispiel habe ich bei Cologne Watch gelernt, dass das nicht existiert, also dass man davor keine Angst haben muss, das habe ich da gelernt, ja, ja, in meinem Job davor war das sehr krass, da wurde, nein, das kannst du nicht machen, nein, das sieht so aus und dann bei Cologne Watch war das so, das ist doch egal, willst goldene Uhr tragen als Verkäufer, mach doch, ist doch egal, ah, ich spiele keine Rolle, du willst verfahren als Mitarbeiter, okay, mach, so dieses Thema Neid, aber das liegt vielleicht auch teilweise ein bisschen religiös bedingt, weil halt diese Art von Denken, also du bekommst das, was dir zusteht, ich bekomme das, was mir zusteht, vielleicht wirst du irgendwann ein Palast besitzen oder vielleicht auch ich, aber das liegt nicht in deiner Hand, nicht in meiner Hand, also Gottes Wille. Ja, ich glaube, du verstehst, was ich meine, ich denke, es gibt genug Leute im Internet, die quasi eigentlich effektiv der Content fast nur daraus besteht, zu sagen, ey, ich habe mir jetzt das gekauft, die Kette, die so ist, ich fahre jetzt dieses Auto und dann das halt, keine Ahnung, so ein junger Mensch aufwächst, also ich zum Beispiel, wenn ich mich mit senken würde, ich würde heute aufwachsen als Kind, ich wäre übel komplex beladen wahrscheinlich, weil ich die ganze Zeit sehen würde, ey, Rolex hier, das ist so, das ist so. Schwierig. Ich kenne dich ja privat, ich weiß, dass du, dass du ein gläubiger Typ bist, ich weiß auch, dass man sich jetzt mit dir, also privat unterhalten ist ja auch jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit über Uhren oder so einen Scheiß. Wichtiger Punkt stimmt, wenn man jetzt aufwachsen würde, das wäre schon, boah, was für ein Druck da existieren würde bei den Jungs, ey, also Geld dran zu holen, ne? Ja, klar. Aber Jungs, entspannt euch, ja, es wird alles schon so kommen, wie es soll, von daher macht euch keine Sorgen. Ja, das ist, ich bin noch nicht so ganz dahinter gestiegen, wie man das ausgewogen hinkriegt. Nico und ich diskutieren auch die ganze Zeit rum, weil wir hatten auch eine Phase. Ich habe gemerkt, bei Nico, er macht sich sehr viele Gedanken darüber, was er zeigt, was er nicht zeigt und so. Ja, Nico hat halt, Nico, Nico hat halt Angst, dass er, weil wir sind ja einmal richtig auf die Fresse geflogen mit dem Ding, dann haben wir 180-Grad-Wendung hingelegt. Ich meine, war die Frage, muss man ja Leute kündigen oder nicht? Jetzt ist der Laden effektiv zehnmal so groß und dann denkst du dir so, okay, wie gehst du jetzt damit um in Zukunft? Weil du hast Angst, dass wenn du auch nur so die slightest ist, ist ein bisschen wie so ein Trauma. Wenn du ein bisschen wieder auf das guckst, dass du wieder so komisch wirst, weißt du, dass du dann vielleicht zu viel Zeit damit verbringst in deinem Kopf oder so, weil ich denke mir auch so, okay, wenn ich dann jetzt zum Beispiel ein teures Auto habe, dann verbringe ich wieder mehr Zeit damit, am Wochenende nur mit irgendwelchen anderen Frauen rumzufahren, zwar Drake zu hören, das macht mir auch Spaß. Ein bisschen davon bräuchte ich auch mehr in meinem Leben, um zu chillen. Ey, Bro, ich habe mich ab von einer Freundin getrennt, weil ich nicht genug Zeit hatte zu lesen. Also ich bin richtig auf die, ich bin richtig so auf Ding. Ich habe es dir heute gesagt, ich habe heute, es ist eines der ersten Male, wie das ich bis um 12 Uhr gepennt habe. Ich weiß gar nicht, weil ich es das letzte Mal, also jetzt in den letzten anderthalb oder zwei Jahren bis um 12 Uhr gepennt habe. Tja, also ich glaube, jetzt gerade, ihr habt eine Phase hinter euch, Nico hat auch sich etwas zur Belohnung gekauft und ich weiß nicht. Ich war der Erste, der gesagt hat, geil, mach. Aber ich selber, ich bin so. Also das, wonach dein, also wenn du die Leidenschaft dafür hast und du sagst, Auto zum Beispiel bist demgegenüber affin, holst du dir. Ja, das stimmt schon. Bro, selbst bei Klamotten so bei mir, wir haben in Anführungszeichen eine, also wir haben eine Klamottenmarke, die auch gut läuft, viele Leute hier und so und ist eigentlich krasser Anspruch, das hast du selber gesehen. Wir machen selber Prototypen auch hier und so, was eigentlich keiner macht. Und ich bin so geizig, mir Klamotten zu kaufen. Ja, wobei ich das schon, also deine eigenen, du trägst wahrscheinlich nur deine eigenen Sachen, ne? Ja, aber das ist ja dasselbe wieder wie beim Hotel, dann gehst du woanders hin. Ah, okay, stimmt. Dann inspirierst du dich. Stimmt, du hast recht. Weil das Konzept ist ja, bring mal, weißt du, beim Prada zahlst du 1000 Euro, bei uns zahlst du halt jetzt mal 80 Euro und du hast halt eine krasse Qualität. Die Hosen, die du gesehen hast mit Wolle und so, die sind quasi in derselben Factory entstanden, wo zum Beispiel Aknehosen oder so entstehen, die dann halt 300 Euro und so kosten. Aber was ich sagen will, ist, selbst da ist es sowas und das ist nicht gut so. Das ist schon richtig, was du sagst, aber das ist so ein Knoten, der muss sich noch bei mir irgendwie im Kopf lösen. Weißt du, ich bin da noch nicht so ganz da. Aber ja, deswegen, das Erste, was ich jetzt mal erst mache, ist vielleicht Fronten eine Uhr kaufen oder so. Das ist schöner als selber eine zu kaufen. Das sowieso. Aber was würdest du sagen, YouTuber-technisch, wer hat den besten Uhrengeschmack? Ich habe gesehen, jetzt Ello Tricks, der hat gar keine Ahnung von nichts, hat sich aber so eine schöne Uhr gekauft, leck mich. Es war mir so klar, dass du das sagst. Bro, Alter, Ello Tricks ist ein Edelmann. Ihr in Stuttgart mögt einfach diese Platin-Weißgold-Modelle und sowas, ne? Bruder, der hat sich die geilste Deton... Du weißt, wie oft ich die geschrieben habe, die ist geil, die Weißgold-Detona, aber fuck mich ab, weil die nette nicht so geil ist. Bro, ich habe Ello Tricks sofort geschrieben und Carsten gesagt hat, Bruder, das war alles Also YouTuber, wer die beste Uhrenkollektion hat, ist natürlich Monte. Monte hat konsequent gekauft, auch... Aber es kam auch aus so nichts, Digga. Nee, nee, Monte ist schon seit 2018 dabei. Seit 2018 kaufte er schon Uhren. Aber das war ja, dass er auf Ebay hat, der hat da gekauft. Das war noch vorher. Ich habe mich mit ihm das erste Mal 2018 gesehen. Wir haben uns getroffen 2018 und dann hat er schon Modelle gekauft. Aber bei Marcel ist das so, der quasi, wenn ich ihm sage, zum Beispiel ich sage, Marcel, du kauf diese Uhr. Ja. Und sagt er, okay. Also er hinterfragt jetzt auch nicht, was ich sage. Und dadurch, er ist schon... Ist es sehr gut für dich, weil... Nein, er ist schon, aber die Sachen, die er gekauft hat, sind brutal. Natürlich auch teilweise... Die Daytona hat sich top entwickelt, die Grüne, was hatte der da noch? Die Daytona hat sich gut entwickelt, er hat zum Beispiel auch voll verklebte Modelle, gerade solche Sachen halt, die man jetzt nicht tragen kann. Er ist ja sehr festgelegt, er trägt immer nur Gelbgold. Aber er hat nicht nur Gelbgold-Modelle, er hat einfach auch Sachen... Auch die Rosé-AP hat er, glaube ich, auch. Ja, genau, solche Sachen. Und das sind wirklich Dinge, die... Er ist jemand, der hat die beste Sammlung und auch die Zukunftsperspektive. Besser, er hat die Uhren als das Geld, weil was will er mit dem Geld? Die Uhren entwickeln sich gerade besser als das Geld tatsächlich, ja. Was hat Moisat, die Richard Mill hat er gekauft gehabt. Ich weiß auch nicht mehr. Moisat hat aber auch übel viele Uhren gerade. Das habe ich auch gesehen. Genau, also da bin ich jetzt nicht mehr so ganz im Thema drin. Er hat jetzt auch nicht alle so bei mir oder so gekauft. Aber klar, der hat auch eine gute Uhrensammlung, ja. Justin hat eine stabile Sammlung. Der flippt aber schnell immer Justin hat. Bei Justin ist halt... Er hat jetzt, glaube ich, eine andere Herangehensweise. Bei Justin ist es halt so, dadurch, dass er auch im Modebereich ist, hat er gewisse Trendthemen. Und dann passend zu der Mode, Auto und so weiter, kommt dann die Uhr dazu. Und früher war es, glaube ich, wichtiger für ihn, dieses Uhrenthema. Und jetzt, also jetzt hat er halt seine Uhr, zwei Uhren oder ich weiß nicht, was er hat. Aber und dann trägt er halt das erst mal. Die Skeletten, das galt ja sich jetzt mal. Skeleton, 7,3 Millimeter, starke Uhr. Auch mit gutem Zukunftspotenzial. Da würde sich auch nochmal einiges tun. Ja, gute Uhr. Aber Carsten hat mich richtig überrascht. Carsten war, boah. Bei Carsten ist das so, du musst dir vorstellen, ich schicke ihm so das, ne. Und dann sagt es so, ja, okay. Dann habe ich gesagt, guck mal, wenn du die haben willst, bitte, du musst mir das bestätigen. Ne, dann ist es deine Uhr. So, ja, okay, ich bestätige dir das jetzt. So, okay, das ist der Preis. Ja, 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 ja. Ah, ich weiß, was du gefragt hast. Also, ja, Marc, ich hatte nur eine Frage. Auf der Rolex-Webseite kostet es halt weniger, ne. Ist das denn alles so richtig? Manche Uhren werden über Liste gehandelt. Er so, ah, okay, interessant, ja. Das ist echt netter. Witzig, dass du das mit, ja, das ist, ich feiere das. Ey, die Uhr ist so schön. Also, diese Weißgold-Detona, ich weiß nicht, wieso ich liebe die Uhr. Aber ich bin ein großer Freund von Weißgold. Ja. Das ist auch geil. Die Ultra-Flat, die AP. Weißgoldene mit dem Lachsblatt. Auch sehr starke Uhr. Aber Jubiläumsmodell. Das ist wahrscheinlich dumm teuer jetzt, oder? Ich glaube, man hat mir die angeboten. Ich bin mir nicht sicher, aber über 100, meine ich. Deutsch über 100. Bro, lass mich doch einfach beim Konzi lutschen. Ich hole mir die ganz normal von an. Die ist doch auch übel teuer für einen normalen Preis. Ich will die gar nicht verkaufen. Ich will die doch einfach nur haben. Ja. Bro. Wird leider nicht passieren. Ich wünschte, ich hätte damals diese scheiß FP Jordan gekauft. Ja, FP Jordan hat sich auch gut entwickelt, ja. Oder diese 5712. Dafür hasse ich mich auch noch, dass ich die nicht gekauft habe. Beim Konzessionär war das, ne? Ja, für 36. Ja. Die kostet heute 100. Das ist eklig. Auf www.markegebau.com. Für 100. Richtig, ja. Nein, aber wie stehst du da jetzt selber dazu? Also ich bin jetzt vielleicht ein bisschen Kontrastprogramm. Also ich bin, das kann man mich geizig nennen, aber ich sage dann auch ganz ehrlich, also ich denke mir so, okay, wer sich jetzt eine AP für 40 kauft, eine Royal Oak, wunderschöne Uhr, ich finde die auch schöner als eine Nautilus, aber Bro, wirklich, wie viele Fußballspieler und YouTuber gibt es die sowas? Guck mal, ich habe dieselbe Diskussion auch mit dem Mike gehabt, okay? Mike? Ja, der aus Amerika. Da ging es um Batman, okay? Ja. Er sagt zu mir so, ja, aber jetzt 17.000 Euro für einen Batman ausgeben, die kostet ja nur 9.000 Liste und so weiter, habe ich gesagt, guck mal, du hast einen Listenpreis, okay? So, der Listenpreis ist aber nur eine Idee. Das heißt, du wirst diese Uhr auf diesem Wege niemals bekommen, niemals. Du musst immer irgendwas anderes mitkaufen, Schmuck mitkaufen, dies, das und am Ende existiert ein Marktpreis. So, und dann kommt es natürlich auf die Beratung an. Du musst dich auf mich verlassen. Wenn ich dir zum Beispiel sage, okay, du kannst die Nautilus jetzt kaufen, dann kannst du Bei den Skeletierten, da ist eine Skeletierte kaufen von AP, aber du musst eine Code 11. Ewiger Kalender mitkaufen. Ja, genau. Aber was ich sagen möchte ist, man kann schon vorhersagen, wie gewisse Sachen performen werden. Ich weiß, dass diese Uhr, die wird noch 10.000 Euro teurer werden, garantiert. Weiß ich, weiß ich so oder so, weil die Uhren auch so sehr günstig, sagen wir mal, sind im Verhältnis zu Patik. So, und von daher, du musst einfach zu einem Händler gehen, der vertrauenswürdig ist und der kann dir schon sagen, wie Uhren in der Zukunft performen werden. Von daher ist es doch egal, ob diese Uhr jetzt 50.000 Euro kostet oder 100.000 Euro. Wenn dein Geld doch da sicher ist, ist es doch egal. Willst du das Geld auf der Bank angucken? Von daher, du brauchst gar keine Angst haben, eine Uhr zu kaufen. Wenn ich dir sage, die wird schon wertstabil bleiben, dann kannst du dich darauf verlassen. Ja, muss aber auch bereit sein, dass das, also verkraften können, dass die halt auch vielleicht fällt. Aber jetzt sagen wir mal ernsthaft, okay? Sagen wir mal wirklich, wirklich real. Ja. So, was soll denn passieren? Minus 15 Prozent? Minus 20 Prozent? Aber bei jedem Auto, das du kaufst, egal, es sei denn jetzt Sondermodelle, verlierst du mehr, okay? Du erfreust dich an einem traditionellen Zeitmesser, wo jemand jahrelang dran gesessen hat, das zu entwickeln. Okay, dann kauf es, enjoy es und du kriegst mehr als bei jedem Auto. So, von daher, zur Zeit ist es so, jeder hat so diese extreme Ansicht, nein, es muss Mehrwert werden, aber. Wie viel mehr denn noch? Ja, ja, aber man muss auch sagen, okay, was denn, wenn nicht, wie du schon gesagt hast, dann wird es halt ein paar Prozent weniger sein. Okay, aber du hast auch damit einige, vielleicht hast du wegen deiner Uhr bist du ins Gespräch gekommen mit irgendeiner interessanten Person, dadurch hat sich etwas entwickelt. Vielleicht warst du im Urlaub, hast du auf die Uhr geguckt, hast Spaß daran gehabt, das sind auch Erinnerungen. Nee, ich habe da jeden Tag denselben Spaß, wie er es dir gekauft hat, also ich bin da, also ich gucke da immer noch fasziniert drauf und denke mir so, leck, wie fett, der ist einfach nice, aber ich persönlich muss sagen, also für mich sage ich dir offen, also wer 40k für eine Royal Oak ausgibt, ist ein Idiot, also. Okay, also da widerspreche ich jetzt. Also, nein, guck mal, das ist natürlich. Nein, ich verstehe, was du meinst. Du hast die Herangehensweise, du bist länger dabei und sagst jetzt so, guck mal, ich habe die Uhr damals so gekauft. Dieses Problem, dass man ein Produkt verkauft und nachher teurer nachkaufen muss, habe ich jeden Tag. Ich verkaufe eine Uhr, zum Beispiel irgendein Rapper hat jetzt eine, hat die Uhr gekauft mit blauem Blatt, okay. So, er hat bei mir bezahlt 45. Sehr netter Rapper. So, jetzt brauche ich. Sorry, ich wollte dich nicht idioten. Jetzt brauche ich diese Uhr, okay. Die Uhr ist wunderschön. Mein EK ist schon 50. Und er hat die Uhr vor drei Wochen gekauft. Was mache ich jetzt? Kaufe ich jetzt die Uhr, ja oder nein? 5000 Euro mehr, als ich vor ein paar Wochen verkauft habe. Für mich als Uhrenhändler ist es ein Business, so, das heißt Emotionen und so weiter nehme ich raus. Ich weiß, dass ich die Uhr trotzdem mit Profit verkaufen kann und dann kaufe ich diese Uhr natürlich, obwohl sie teurer ist. Was sind aber für dich so Indikatoren? Weil ich habe jetzt, also wenn ich mir jetzt verschiedene Uhren angucke, also bei einer AP kann nicht verstehen, weil du sagst im Endeffekt, du orientierst dich ja an der Nautilus. Nee, nicht nur, sondern Produktionszahlen, 40.000 Uhr für die Welt. Aber ganz AP oder nur World Oak? Ganz AP, 40.000 Uhr. Wie viele davon sind World Oak? Da geben die keine Aussage drüber. Was denkst du? 10.000? Nee, mehr. Über die Hälfte. Ja? Ja, ja. Über die Hälfte. Aber alle möglichen World Oaks, nicht 30.000? Alle. 37 Millimeter, 33 Millimeter, alles. Und das in Relation zu Patek. Das Wichtigste, das Wichtigste, was wir auch an allen anderen Marken gesehen haben, ist aber die Unternehmenskultur, die Unternehmenspolitik, die Art, wie man den Vertrieb gestaltet. Und Audemars PG hat da alles verändert. Also es gibt keine... Sie sind jetzt raus aus allen Konzessionären und machen selber den Vertrieb. Genau, und machen es selber. Und haben natürlich mit dem CEO jemanden, der sehr visionär vorgeht, die Kooperation mit Marvel. Dafür werden sie gehatet. Ich mag die Uhr sehr gerne, mit Black Panther, da kommen jetzt auch neue raus. Captain America ist, meine ich, das Nächste, was jetzt rauskommen wird. Und das sind so Dinge, da sieht man schon, AP ist auf einem ganz anderen Weg. Und genauso kannst du übertragen, Richard Mill, Politik ist auch sensationell. Und daher kann ich sagen, die Zukunft ist gesichert. Ah, okay. Also das heißt, du guckst jetzt an, wer ist der neue Geschäftsführer? Was hat der für eine strategische Ausrichtung? Und dann sagst du, okay, wie wahrscheinlich hältst du das? Genau, könnte zum Beispiel sein, dass jetzt, sagen wir mal, Richemont Swatch Group kommt und sich einkauft. Bei AP. Das wird nicht passieren, aber sagen wir mal jetzt so. Dann würde ich sofort verkaufen. Genau. Da würde ich meine, also da würde ich, da hätte ich gar keinen Bock drauf. Das haben wir zum Beispiel Panerai. Panerai war ein gehyptes Produkt und ist dann abgestürzt. Jeder Patek-Sammler hatte auch Panerai irgendwo, weil das super rare war. Und jetzt ist es halt schwierig. Obwohl die Uhr sehr unik vom Aussehen ist, tolle Geschichte auch mit den Kampfschwimmern und so. Aber aufgrund der falschen, also ich meine, ich denke... Ich habe mich entfremdet von ihrem Kern. Ja, und zu viele Stückzahlen natürlich gemacht. Aber so, und das sind halt Indikatoren, worauf ich schaue und, ja, modellbezogen. Jetzt, wenn man gewisse Modelle sich rauszieht, dann kann man halt auch sagen, okay, das Modell ist jetzt nicht beliebt, aber aufgrund der Seltenheit, einzigartige Farbkombinationen kann man schon vorhersagen, okay, das Ding wird auf jeden Fall top performen. Aber es ist witzig, das hatten wir auch im letzten Podcast. AP hat ja schon, also das zum Beispiel, also Fun Fact, der Grund, wieso ich die AP gekauft habe, war ja genau das damals, weil die als erstes eine Luxussportstahl-Uhr rausgebracht haben, als alle nur Gold-Uhren haben wollten. Digga, was machen die hier? Ja, heute, Demo. Ich habe Demo in der Stadt, ja. Ich bin schon dran vorbeigefahren, eben, Klimawandel und so. Porsche. Ja. Ich wusste auch, was soll ich machen, was soll ich machen? Ja, das müssen wir auch noch hinkriegen und ernst nehmen, aber, was soll ich sagen? Genau, ich habe mir die auch gekauft, weil die im Endeffekt damals gesagt haben, ey, wir wollen keine digitalen Uhren machen, wir wollen Craftmanship beibehalten, wir wollen Uhren machen mit einem tollen Werk, wir sagen Mechanik, wir wollen das Stahl polieren, wir wollen einfach eine Uhr machen, die ein Designstück ist und weg vom Werkzeug. Auch in Edelstahl, das war ja das Innovative, du hast eine Sportuhr in diesem Luxus. Mehr kostet als Gold. Ja, das gab es halt damals nicht, ne? Ich kann sagen, ist idiotisch, aber das war halt so ein Move, wo die im Endeffekt, die haben ihre ganze Company drauf verwettet, dass das die richtige Entscheidung war und das ist so, ich feiere es, wenn jemand so prinzipienreiterisch ist, dass er in Anführungszeichen unter normalen Umständen eine dumme Entscheidung trifft, hinter der er voll und ganz steht, weil so entsteht was Neues. Ja. Und das ist so ein bisschen diese Philosophie, die für mich auch so eine Royal Oak verkörpert und wenn die zum Beispiel sagen, ey Marvel und die wollen diese neuen Sachen unterstützen und so, ich weiß nicht, die Spider-Man-Uhr wurde komplett auseinandergenommen. Black Panther. Black Panther-Uhr war das, genau, genau, genau. Aber ich sag mal so, die wird trotzdem jetzt 200 über Liste gehandelt, ne? Also ich brauche übrigens eine, falls ihr eine habt, meldet euch gerne bei mir, ich brauche nämlich dringend einen für einen Kunden. Nur so, am Rande, falls ich mal zu gucke. Willst du eine kaufen oder was? Ja, okay. Nein, aber ich verstehe, was du meinst, also ich feiere ja solche Moves, die auch gerade als Scheiße gewertet werden, also es war ja, keine Ahnung, Daytona war ja auch eine Kacke-Uhr zu der Zeit, als sie rausgekommen ist. 100 Prozent. 100 Prozent. Eine richtige Kacke-Uhr, als sie rausgekommen ist. Und heute? Ist die Stahlsportuhr von Rolex. Von jedem Bühner-Verkäufer. Laut Fahrrad, nein, Spaß. Ne, aber was würdest du sagen, was ist so gerade dein Favorite? Also ich sag mal so, auf der einen Seite, jeder, der mich kennt, weiß, dass Richard Mill mein Herzensmodell ist. Also ich liebe diese Uhr, ich hab den Prototypen immer noch. Weil die so krasse Marge haben? Ich mag einfach das, wofür die stehen, diese Exklusivität, auch diese Art und Weise, den Markt so unter Kontrolle zu halten. Schon faszinierend. Ja, und es ist auch so, wenn du dir mal anschaust, es gibt viele Uhrenhändler. Es gibt auch viele Uhrenhändler, die AP und Patek verkaufen. Aber Richard Mill, wirklich einen Stock da zu haben von vier, fünf Uhren und so. Und das ist für Deutschland schon viel. In Amerika, klar, da gibt es auch Leute, die haben 20, 30, 40 Modelle on Stock. Oder jetzt in Dubai, wo ich war, da hat man mal so 30 Modelle. Aber das ist schon etwas, da muss man schon im Kopf sehr stark sein. Und das finde ich interessant. Und aber sonst, Richard Mill und AP, das sind so meine Lieben. Patek fühle ich mich nicht hingezogen, aber AP ist so, das ist so diese Marke, wo ich unbedingt ins Werk gehen möchte und so einen Livestream machen will und so weiter. Boah, kannst du mir sagen, wenn du da hingehst, ich komme mit. Ich versuche die ganze Zeit, wir bombardieren immer, ohne mal PG, die Seite und so weiter bei YouTube und überall bei Instagram, überall bombardiert meine Community. Ich will mir das nur angucken einmal. Und ja, ich würde sehr gerne vorbeikommen. Das ist natürlich schwierig für die. Wir haben natürlich auch Angst, oder was heißt Angst? Aber die wissen, also ich bin ja am Ende Graumarkthändler, mehr oder weniger. Nichtsdestotrotz versuche ich immer, diese Barrieren aufzubrechen. Ich habe eine sehr junge Zielgruppe und Gott sei Dank, Frank Müller hat sich darauf eingelassen. Frank Müller arbeitet mit mir zusammen. Wir bringen ja die limitierte Uhr raus. Und ich hoffe, dass wir jetzt im kommenden Jahr halt auch in die Richtung, ich werde bei AP, würde ich nicht aufgeben. Ich werde, wir hatten ja, mein Name ist ja gesperrt im Livestream, also als Kommentar. Echt? Ja, weil die hatten die Release-Show und meine Community hat die ganze Zeit Marc-Gebrauch. Und gespammt. Mein Gott, sie sind nicht mehr chatten. Und dann haben die meinen Namen halt rausgenommen. Ist ja jetzt auch nichts Schlimmes. Also ich hätte das auch so gemacht. Aber es wäre doch voll nice, dahin zu gehen. Ja, ich möchte auch dahin gehen. Also ja, von daher, es wird passieren. Es wird passieren. Sagt Bescheid wirklich, ich gebe alles. Das ist faszinierend. Ich habe auch einen Homie von mir, den kennst du, habe ich dir vorhin kurz erzählt von dem. Ein bisschen älter. Und der hat auch IWC-Werk besichtigt und so. Ah, okay. Und der hat mir dann erzählt, dass die dort sagen, dass die da große Probleme haben mit den Uhrenmachern. Weil die... Da gibt es keine, ne? Genau. Also es gibt keine Senior-Uhrenmacher mehr, die das Handwerk mehr weiter beibringen können. Wie siehst du das? Also das... Boah, sehr spannendes Thema. Ganz, ganz schwierig. Also natürlich wird auch viel maschinell gemacht. Jetzt gerade... Rolex hat ja Top-Werkzeuge. Rolex bei 1,1 Millionen Uhren für die Welt. Natürlich da ist Haupt... Also natürlich irgendjemand dreht da schon nochmal ein Schräubchen rein. Aber größt... Also es wird schon viel maschinell auch da erledigt. Aber... Was krass ist, ne? Also nur weil die Maschinen machen, ne? Also es dürfen Leute auch nicht vergessen, die Werkzeuge zu bauen und so eine Rolex herzustellen... Mit den wenigen Toleranzen und so. Also maschinell, das ist wirklich höchste Ingenieurskurs. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr krass. Weil ich da am Anfang so... Ah, nicht Hand gemacht, voll der Müll, bla, bla. Ne, ne, das ist schon heftig. Ich will das mal von einem Ingenieur erklären lassen und das war schon heftig. Aber mit Uhrmachern, das wird schon noch ein Problem. Also es ist... Die meisten großen... Swatch Group zum Beispiel hat ja eine eigene Uhrmacher-Schule auch. Und doch, das ist da... Da neue Kräfte zu bekommen, sehr schwierig. Sehr schwierig. Auch wir damals, wir sehr wenige fähige Uhrmacher. Uhrmacher sind generell ein sehr eigenes Volk, ne? Die sind auch alle Uhrmacher, die ich kennengelernt habe, sind auf jeden Fall sehr speziell. Und ja, schon so was wie Künstler, ne? Du musst dir vorstellen, die gucken die ganze Zeit auf so ein kleines Ding und so. Da kann man schon mal wahnsinnig werden, ne? Herr, aber krass. Musst du dir mal überlegen. Das ist eigentlich das Interessante, weil die sind so ein vergessener Teil von dieser ganzen... Ja, jeder will Uhren haben, aber keiner will Uhrmacher sein. Genau. Schon krass. Mhm. Ja. Das... Ich würde mir das sehr gerne mal reinziehen. Auch Lange zum Beispiel. Du warst... Nein, bei Lange war es auch noch nicht. Nein, also Wilhelm Schmidt, der Geschäftsführer... Ich hab damals ihm Anzüge verkauft und so, ich kenn ihn, wir haben jetzt schon länger keinen Kontakt mehr gehabt, aber die haben halt auch eine eigene Uhrmacher-Schule oder bilden zumindest aus und so weiter und ja. Aber das vor Ort zu sehen, wäre auch ein Traum. Das wäre eine krasse Sache. Lange würde ich mir auch gerne reinziehen als Manufaktur. Stimmt, ich kann mir nochmal schreiben. Ich muss einfach mal anrufen. Oh, stell dir vor, wir gucken uns Lange Werke. Ja, ist krass. Oh mein Gott, wie krass wäre das? Ey, die machen so... Also wirklich, FP Journ, Lange, AP, ja, Patix ist auch interessant, aber FP Journ und Lange ist, wenn du das gesehen hast, dieses Werk, das ist, ich kann es nicht erklären, das ist, als würdest du eine Mini-Stadt angucken. Das ist mit so viel Liebe gemacht, ich kann es nicht erklären. Es ist einfach, du guckst dir die Uhr an und du siehst, keine Ahnung, das ist wie ein schlagendes Herz, hat eine Seele, Alter. Und jetzt scheiß mal auf dieses Ganze, er ist jetzt teuer und Status-Symbol und bla bla, ist es wirklich, also wenn man mal so eine Lange gesehen hat, das ist, boah. Wunderschön, ja. Das ist so wunderschön, dieses Gefühl von, wie nennt es sich nochmal die, ich bin super schlecht mit den Namen, die, die diese analoge, äh, diese digitale Zeitwerk, digitale Zeitanzeige hat. Du spürst jede Minute, die schlägt. Ja. Striking Time, also du hörst es noch. Ja, stimmt, da haben die noch diese Wecker-Funktion bei der einen. Du bist dann da und, also die Jungs, das könnte ich euch nicht vorstellen, die schlägt dann von 23.59 Uhr. Wenn die auf 0 Uhr schlägt, du spürst es in deinem Arm, das ist, also diese Kraft, die dieses Werk braucht, auch du musst jetzt ja auch Handaufzug und so, auch, Bro. Ich weiß, keiner interessiert sich für die Uhr, weil die zu dick ist und Leute, die hässlich sind. Doch, doch, die ist schon einer der bestlaufendsten Modeller. Echt? Ja. Die wollte ich auch schon immer mal haben. Ja. Das ist keine Uhr, die du ganz ertragen kannst oder so, aber das ist für mich, das ist Besorge ich dir gerne. Hä? Besorge ich dir gerne. Bro, ich bin zu geizig. Aber die ist wunderschön. Boah, die ist, das ist eine richtig, richtig schöne Uhr und die sieht, die sieht toll aus. Die ist wirklich eine schöne Uhr. Die Saxonia ist auch eine schöne Uhr. Klassisch, ja. Was hältst du von den klassischen Modellen? Ich muss sagen, ich bin gerade ein bisschen auf diesen klassischen hängen geblieben. Also ich gehe davon aus, dass... Ich habe das Gefühl, die werden jetzt langsam... Ja, also wir hatten einen Trend, also wenn wir jetzt sagen, wie ist das Konsumentenverhalten von den Leuten in Bezug auf Uhren, auf das Aussehen der Uhren. Also eine Sache können wir festhalten, anders wie bei dir, das Werk oder innen drin der Mechanismus, den interessiert keinen. Okay, jeder will ein mechanisches Werk haben. Schade. Aber, und am besten mit Glasboden, das soll ein bisschen hübsch aussehen, aber jetzt ein Unterschied zwischen einer Lange und Söhne und, keine Ahnung, einer IWC, sagen wir mal. Also das ist egal, oder einer Cartier. So, das kann man festhalten. Zum anderen ist es so, dass wir mal früher, wenn du überlegst, 2016, 2017 und so weiter, waren sehr große Uhren in Offshore-Modelle, 42 Millimeter, 44 Millimeter, die Phase ist auch vorbei. Große Uhren möchten die Leute nicht mehr haben. Ich merke bei mir, bei der jüngeren Generation, die jetzt natürlich heranwächst und dann auch älter wird, so zwischen 18 und 25, dass dort Modelle gerade mit kleineren Größen wieder populär werden. Also alles, was unter 40 Millimeter ist, bis 36 Millimeter bei Herren, sind sehr beliebt. Und ich muss auch selber sagen, wenn ich jetzt gerade so, wie ich rumlaufe, ich bin jetzt so, keine Ahnung, 1,85 oder so groß, 1,86, wenn ich eine 36 Millimeter... Was? Wir sind bis 1,70, lügt man nicht mehr. Ich sage für mich selber, jetzt 36 Millimeter am Lederband, nö, danke, am Lederband ist wirklich eine gute, ausgewogene, klassische Herrengröße, nicht umsonst. Guck mal, Donald Trump trägt eine Day-Date in 36 Millimeter, viele... Ich trage nichts, was Donald Trump trägt. Nein, was ich damit sagen will, ist halt... Ist ein großer Mann, korpulenter Mann, trägt trotzdem keine... Das sind Geschmacksausprägungen, die wir haben, die vor uns zurückgehen. So zum Beispiel damals, als ich Rin eine Uhr verkauft habe, was hat er gesagt? Boah, als nächstes Uhr möchte ich auf jeden Fall eine lange und so eine lange Matic und so weiter, ewiger Kalender am Lederband und sowas. Und bis jetzt ist der Trend noch nicht da, aber ich denke... Also Rin und ich so, top Geschmack, der junge Mann. Aber ich denke, dass du, in fünf Jahren werden wieder Uhren am Lederband gefragt. Jetzt gerade will die keine haben, jetzt gerade muss alles ein Stahlband haben, aber ich bin mir sicher, dass Uhren am Lederband wieder populär werden. Das ist witzig, weil ich bin gerade genau, ich bin seit, eigentlich schon seit... Und du bist auch nicht der Einzige, also von den Meinungsmachern, die Leute jetzt aus der Musikindustrie und so weiter, doch, doch, das sieht man, also am Lederband, das wird was. Weil ich bin gerade viel, muss ich sagen, also ich habe viele so Uhren, wo ich sage, die finde ich am Lederband toll, ich finde die Kalatrava toll. Kalatrava wird zu dir sehr gut passen. Ich finde die Uhr... Gerade mit so einem sportlichen Outfit, wenn du die anziehen würdest, das wäre so quasi Stilbruch-mäßig und das wird einfach das zeigen, was die wenigsten machen. Eine ganz klassische Uhr auf so einem Outfit anziehen, wird gut aussehen. Also ich würde es feiern. Eine weißgoldene, schön schlichte Uhr. Und guck mal, sowas kriegst du für 12.000, 13.000 Euro. Was? Ja, ja. Die neueste? Ne, die neueste jetzt nicht, aber du kriegst schon, also ich sage mal, unter 20.000 Euro kriegst du schon ein Top-Modell. Natürlich, wenn du jetzt, für mich die beste ist die, wie ist die Referenz nochmal, 5227, glaube ich, Emalie-Ziffernblatt mit Offiziersgehäuse, wo du hinten aufklappen kannst. Die meine ich, die, wo du hinten aufklappst? Ja, genau, zum Beispiel die Uhr, die hat aber ein Emalie-Ziffernblatt, die dürfte, ich habe es ewig nicht mehr verkauft, ich glaube so 20.000 bis 22.000 Euro kosten. Was kostet die mit schwarzem Blatt? Ja, ja, so 20.000, 22.000 Euro. Die ist, also das ist für mich die schönste Patek, also eine der schönsten, ne, jetzt ich rede mal von so einer simpleren. Dann, was gibt es noch Schönes? Ich weiß nicht, ich muss sagen, da gibt es sehr, sehr viele schöne Lederbande und FP John bin ich ja ein großer Fan, das weißt du ja, aber. Ich wollte letztens mal eine kaufen, aber da hat mich ein Händlerkollege davon abgehalten. Echt, wieso? Er hat gesagt, du bleibst zu lange drauf sitzen. Echt? Jetzt gerade vor kurzem, ich wollte den. Welche? Sentigraf Sport S Chronograph kaufen, aber. So geil. Aber ich habe dann gesagt, okay, komm. Aber Dingband, Leder oder Dingband? Aluminiumband auch. Aluminiumband, ja, ja. Weißt du, wer die anhatte? Ja, also diese eine, der diese Webseite da hatte, ne? Genau, diese eine Webseite. Diese eine, also der Mann, der Pornhub verkauft hat, der zwischenzeitlich quasi Besitzer war von Pornhub und der hat unseren Podcast angeguckt. Unseren? Ja, genau. Ach, okay. Der hat unseren Podcast angeguckt und da hat er gehört, dass ich FP John übel fand. Ah, und deswegen hat er die angezogen? Und deswegen die FP John angezogen. Ach, cool, okay. Ja, also es war schon witzig so. Cool. Und der ist halt, sie ist ja ein komplett gechillter Typ, also der war jetzt null, ganz easy, ja. Genau, also super entspannter Typ, der macht auch so, also macht auch viele Dinge da aus Faszination und so. Er war echt einer der coolsten Podcasts, sehr, 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 sehr angenehmer Typ und der hatte auch eine Sentigraft da. Ja. Ey, Bro, ich habe es das erste Mal in meinem Leben gesehen. Ich habe auch mit dem Bruder von FP, also von, wie hat er erzählt? Damals in L.A. war das, ne? Genau. Hast du vom jetzt, ja. Der Typ, ich habe dir das ja erzählt, ne? Müsst ihr euch vorstellen, wir waren in L.A. und da war so ein FP John-Store und die machen ja 900 Uhr oder so im Jahr. Also die machen ja wirklich super wenige. Ja, unter 1000 auf jeden Fall, ja. Genau, und dann bin ich da rumgelaufen mit Nico und dann war so, oh mein Gott, FP John direkt neben unserem Hotel und so, wir müssen da reingehen. Nico war so, ey, die werden uns eh hier rausschmeißen und so, die gucken uns doch mal an, wir sehen aus wie Penner und so. Bro, bitte, ich muss das sehen und so. Dann bin ich da rein, da war noch irgendjemand da und dann ist am Anfang so voll so, so voll, dann habe ich den angefangen dort auszufragen, ne? Wegen den ganzen, und so dachte er so, oh mein Gott, den interessiert das wirklich. Der hat sich einfach zwei Stunden mit uns hingesetzt. Cool. Und hat uns alles gezeigt, alles erklärt und war die ganze Zeit, so hat er gesagt, zu mir, du kauf dir keine, 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 wie nennt sich die nochmal, ich bin vergessen den Namen die ganze Zeit, weil ich nicht mehr so hart drin bin, die blaue. Chronometre bleu. Chronometre bleu, genau. Und dann hat er mir die ganze Zeit gesagt, hol dir die weiße mit Gangreservi, wo drauf ist, das ist Platin, das ist nicht Talantal. Ich so, Talantal ist übel cool, die blaue trägt auch Putin, die steht da, sieht überall aus. Und dann, ey, ich habe mich verliebt seitdem in das Ding. Du hast mir auch deine ersten Videos, die du mir geschickt hast, auf mein Handy, damals vorziehen, waren FG Jones, die du mir geschickt hast. Das waren die drei, die wir nicht verkaufen konnten. Mit Deadbeat Second hinten drauf und so. Ey, ich weiß, es juckt wahrscheinlich keinen, der hier zuguckt, aber ich habe so ganz anderen Geschmack bei so Sachen. Wenn jeder irgendwie jetzt Stahlmodelle cool findet, dann bin ich schon so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, weil dann tragen Leute die Uhr, die Geschichte und die verstehen nicht, was sie gerade tragen, das triggert mich. Und dann geht es halt nur noch um dieses ganze, ey, guck mal, ich habe gar kein Problem mit diesem rumgeprollenen Statussymbol-Ding. Ich möchte aber nicht verwechselt werden für so einen, der jetzt hat die Uhr, ich habe zum Beispiel die hier 2015 geholt, als wirklich die meisten gar nicht wussten, was das ist. Boah, 2015 war eine ganz andere Zeit, ja. Bro, da hast du die für 13 bekommen. Ich habe mir die für 15 anspassen lassen. Ja. Weil ich so dachte, ey, der ist ja korrekt, ich werde jetzt nicht verhandeln mit dem. Ja, ne? Damals kannst du noch verhandeln bei Uhr. Damals hast du verhältnismäßig sehr viel bezahlt. Ja. Sehr, sehr viel sogar gezahlt. Also ich habe die für einen dumm teuren Preis eingekauft. Und jetzt musst du überlegen, also so macht das eh nichts mehr. Ein Homie von Menti für 13 gekauft. Damals habe ich gesagt, bist du dumm? Ich so, ja, Bro, woher soll ich es wissen? Ja, ne, es war also heute gut, dass du sie hast, ne? Aber krass. Digga, wir müssen, FP-Jorn-Werk wäre krass, wenn wir da hingehen. Lange wäre ich dabei. AP wäre krass. Patek würde ich auch mitkommen. Ja, AP, also AP ist so das, wo ich angreife. Non-Stop. Die Keramik ist krass. Keramik, Double Balance oder generell alle Keramikuhren, die die machen mit dem Armband, die Facette zu übertragen, ist schon cool, ja. Geht die schnell kaputt, oder? Nö, gar nicht. Also du musst schon dich anstrengen, damit das bricht, ne? Also wenn du jetzt volle Pulle gegen die Tür oder so machst? Es kann immer passieren, dass ein Bandelement dann einen Crack bekommt, aber normalerweise nicht, nein. Aber das ist, wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich mir jetzt so eine 150.000 Euro Uhr kauf, die aus Keramik ist und die hat jetzt so einen Crack oder so? Nein, also die kostet 350.000 oder so. Die hat ja mal 120.000, was die gekostet. Ja, nein, also dann muss halt das Gehäuse erneuert werden, ne? Und du gibst dann ab und dann, also wenn du jetzt ein Bandelement... Aber zahle ich mich dann so wirklich, also sind die Erhaltungskosten von so einer Uhr dann auch so? Also klar, wenn jetzt ein Gehäuse, also du musst ja sehen prozentual, was das dann ausmacht. Also man kann es bei einer Golduhr vergleichen, wenn du jetzt ein komplettes Armband kaufst, wenn die Uhrliste 45.000 Euro kostet, dann kostet das Armband, wenn du es nachträglich hinzufügen möchtest erneut, 25.000 Euro. Also beim Gehäuse, ich kann es jetzt nicht genau sagen, ich hatte es einmal bei einer Panerei, da hat das, also hat die Uhr gekostet, glaube ich, 25 und wir haben es für das Gehäuse bezahlt, 6. So, aber was willst du machen? Das Gehäuse ist kaputt, also wohin willst du weglaufen? Ja, aber wenn die 350 kostet, dann... Nein, 350, ja, Graumarkt, also ich denke mal, bei so einer Uhr, wenn jetzt das Gehäuse kaputt wäre, müsste man gucken, aber 20.000 Euro, 25.000 Euro würde es da kosten. What the fuck, krass. Okay, dumm teuer. Aber dafür ist die schön, die weiße, ewiger Kalender. Ja. Aber die sind wahrscheinlich auch alle dumm teuer. Ja. Auch die normalen. Also jede Uhr, also AP, in dem Bereich ist alles crazy geworden. Es sind überall 250 bis 300.000 Euro. Also, ja, das ist sehr teuer. Ey, schade. Was mit der Lachs, die kriegen wir irgendwie schon noch hin. Vielleicht. Die haben nichts anderes, weißgoldenes, oder? Sonst? Also die haben jetzt ein Jubiläumsmodell in Platin rausgebracht mit einem grünen Blatt, mit so einem D-Grader, also das ist so innen drin schwarz und grün, aber sonst... Und die ist weißgold? Platin. Aber, oh ja, aber haben die so ultra-thins kleine Platin in 39 oder so? Also diese grüne, das ist jetzt ein Modell, limitiert auf, glaube ich, 250 Stück. Und sonst im Vintage-Bereich gibt es einige Modelle, die in weißgold sind. Ja, gibt es schon, aber halt jetzt in der normalen Kollektion nicht. Ich bin nicht so... Ich feiere Vintage-Uhren an sich, aber ich mag die Verschlüsse, die schließen gar nicht. Das ist so klapprig, ich fühle das gar nicht. Also ich brauche so einen richtig sauberen Verschlussmechanismus. Ja, der ist erst dann halt nach 2000, ab 2005, 6, 7, so. Schade, Mann. Warte, ich gucke mal nur kurz hier, was ich habe noch. Ey, crazy. Ja, jetzt habe ich es. Wie läuft die Show, Bro? Du hast eine Staffel gemacht, Mark & Friends. Ja. Wir planen jetzt für den Winter nochmal zwei Folgen nur, weil ich nicht weiß, wo ich dann genau sein werde. Ob in Amerika oder hier, von daher, wir konnten halt jetzt nur... We're stressed in America, repel, fuck off. You need a gold chain? No problem. Ja, und von daher, Mark & Friends war, denke ich, ein großer Erfolg für mich. Also es war sehr anstrengend. Wir haben vier Folgen gemacht. Das Konzept von der ersten Show bis hin zur letzten hat sich ja komplett gedreht, als du mit dabei warst, bis jetzt zum Ende. Wir haben halt dann einen Weg gefunden, wie halt alle gut damit klarkommen. Manche Sachen funktionieren auf Twitch, manche Sachen nicht. Und... Ist auch sehr schwer, so etwas auf Twitch zu machen. Ja, auch mit den YouTubern und so weiter, ne, dann... Aber... Es fängt ja schon mal an, Alter, dass alle pünktlich da sein sollen. Du sagst ja jedem, die sollen zwei Stunden früher kommen. Ja. Das war hier so mit Trimax. Trimax hat zu mir gesagt, ey, ich muss da irgendwie um 14 Uhr da sein oder so, weil ich habe mit dem Podcast gedreht, bevor er zu dir gekommen ist. Ich habe gesagt, Bro, ist alles gut. Mark lässt eh jeden zwei Stunden früher antanzen, damit der Safety Show dort starten kann. Du kannst ja immer noch eine Stunde später da sein, das ist noch okay. Ja. So. Echt? Ah, okay, weil der ist ja ein pünktlicher Typ und so. Ey, aber für euch da draußen, ich kann es nur wiederholen, was Mark hinkriegt, dass du diese ganzen Leute zusammenkriegst auf einen Ort. Und dann auch pünktlich, Bro. Nenn Monte, Nenn Mois, Nico, Sascha, mich. Also so alle sagen, mich aus Stuttgart-West rauszubekommen ist so praktisch unmöglich. Ja, ja. Ja, also du bist wahrscheinlich einer der ganz, ganz, ganz wenigen Menschen, die mich aus Stuttgart rausbekommen. Ja, nee, es war, also wir hatten eine Menge Spaß bei dem Dreh. Ich freue mich jetzt auch auf die nächsten beiden Folgen. Wir wissen jetzt noch nicht genau was. Wir werden auf jeden Fall nochmal umziehen, bei mir eher in die Nähe, weil für mich war es auch immer eine lange Reise nach Frankfurt runter. Aber das ist einfach sehr entspannt. Du hast eine coole Show, alle Leute kommen, die sich mit mir gut verstehen und wir haben einfach eine gute Zeit. Und ja, also ich finde, auf Twitch hat es einen guten Platz eingenommen. Also du hast so dieses Format, wo halt man so socialized unter Freunden, so ein Format gibt es halt so jetzt nicht. Gar nicht und das ist übel nice an sich. Also du musst dir überlegen, wenn du das jetzt öfter machen würdest, wie viele Leute man zusammenbringen könnte und wie witzig das eigentlich wäre. Das ist übel nice. Also wir machen auf jeden Fall weiter. Ja? Ja. Okay. Was ändert sich? Das besprechen wir jetzt noch. Also wir haben jetzt erstmal eine Location. Also es ist gar keine Ahnung. Nein, es ist noch nicht. Wir sind ja ein großes Team und so. Wir werden sich schon was einfallen lassen. Was wollte ich sagen? Was mich auch interessiert, du trägst jetzt keine Uhren mehr. Ja. Wegen Uhrendiebstahl und Co. Es war ja damals übel das Ding. Justin wurde ja eine Uhr geklaut. Katastrophe. Also kennt wahrscheinlich jeder die Geschichte, wie ihm die Uhr Chad Mill geklaut worden ist. Hat sich jemand als Postbote quasi ausgegeben und ist dann bei ihm oben rein und so weiter und so fort. Hat ihn dann halt überfallen. Dann hatten wir, Aschraf wurden ja die Uhren geklaut, als er im Urlaub war. Ibiza oder auf Mallorca. Ja, Ibiza. Ja genau, irgendwo in Spanien. Ist ja auch eine krasse Geschichte gewesen. Hat er mir erzählt, als er hier war. Die sind gekommen, haben ihm die, die sind irgendwie nicht, glaube ich, aufgefahren. Im Kreisverkehr. Und dann haben die. Die da geblockt. Da geblockt, nicht gehen lassen, überall rumgesackt und so. Sind zurück, alles mitgenommen worden. Weil die auch in einem teuren Auto dort unterwegs waren. Dann iCrymax, glaube ich. iCrymax auch. Wurde auch überfahren. In der Tiefgarage. In der Tiefgarage haben die. Da hat er, glaube ich, zwei Uhren ja irgendwie dabei gehabt. Ja. Und jetzt. Wie siehst du das? Also das ist ja auch wieder so eine Schattenseite von der ganzen Sache. Wir reden hier über 40.000 Euro. Also ich sag mal so, das ist natürlich, ich bin, denke ich, deutlich mehr gefährdet jetzt als so jemand. Und das hat gewisse Risiken. Also man hat, muss halt darüber nachdenken, wie man sich verhält. Meine Frau, meine Schwester, Angestellte. Alle müssen halt wissen, wie sie sich zu verhalten haben beim, im Alltag, im Arbeitsalltag. Aber wir haben natürlich auch sehr fähige Leute, die diesen Kompetenzbereich abdecken. Also wir haben ständig Security bei uns, wenn wir ins Büro gehen und wenn wir abends rausgehen. Das ganze Büro ist ja so aufgebaut, dass wir jetzt keine Uhren vor Ort haben, sondern wenn wir was verkauft haben, dann muss es aus dem Schließfach geholt werden. Und ja, also ich meine, du hast wahrscheinlich bei Instagram oder so auch schon gesehen, also Asis Karaoglu, der kümmert sich halt um den Bereich. Der macht halt die Sicherheit und daher, wir feilen halt immer daran, was wir besser machen können. Und am Ende ist es ein Mix aus Versicherungen und halt Security. Es geht, am wichtigsten ist natürlich, dass einem selber nichts passiert. Und von daher muss man immer auf der Hut bleiben. Wir haben verschiedene Türensysteme, wenn man rein möchte und so weiter. Und von daher, es kann immer passieren. Wir tun unser Bestes, um was dagegen zu machen. Und am Ende muss man auch so sehen, wenn jetzt ein Überfall passiert, dann gibt es jetzt auch nicht so viel zu holen, weil wenn man mir jetzt auf Instagram folgt, wird man ja sehen, also ich poste jetzt nicht wie in einem Ladelokal, dass ich zehn Uhren in der Hand habe, sondern wir shooten ein Video und dann gehen die Uhren wieder weg. Also leider, ich hätte auch mehr Spaß daran in meinem Alltag natürlich, wenn ich einfach freier immer Uhren zeigen kann, so gerade auf Instagram aus dieser Bewegung heraus. Aber leider kann man das halt nicht. Also wir haben halt leider immer diese Beschränkungen. Vielleicht, wenn wir jetzt umziehen, wir wollen gerade umziehen in eine neue Immobilie und vielleicht kann man das dann halt ändern dadurch. Aber jetzt ist es halt so, dass wir immer beim Thema Sicherheit extrem aufpassen müssen. Und ich vertraue, also ich ist zu 100 Prozent, er ist dafür da, mich dann zu beschützen, damit ich frei arbeiten kann. Und er macht seinen Job natürlich sensationell gut. Wie ist denn das so mit, wenn ich jetzt zum Beispiel aus der YouTuber-Perspektive gucke, Justin, iCrymax, Aschraf, jeder YouTuber, der eine Uhr hat, gab es auch bei Popsmoke, weißt du, kennst du die Geschichte wahrscheinlich, der wurde ja umgebracht. Ja, weil er das gezeigt. Genau, weil die wussten, wo er ist und die Kids ihm seine Uhr abziehen wollten. Und das, was die Leute ja gar nicht verstehen, ist, die denken, die kriegen ja den vollen Preis, den sie da irgendwo bei Chrono24 sehen. Zum Beispiel sehen sie, eine AP ist für 40K drin und denken, die kriegen jetzt 40K dafür. Erstmal ist, die Uhr hat eine Seriennummer, die jeder ja, also die ich jetzt zum Beispiel weiß in dem Fall. Wenn jetzt woanders aufploppt, dann ist allein schon die Uhr es heiß. Dadurch sinkt der Preis ja unnormal. Dann wissen die auch gar nicht, wem sie sie abgeben können. Das heißt, die müssen nur irgendjemanden finden, der mit der Uhr überhaupt was anfangen kann. Und von dem kriegen die einen lächerlichen Preis. Klar, also ohne Boxpapiere sinkt es halt schon mal deutlich. Dann musst du gucken, was für ein Modell hast du. So, wenn du jetzt jemanden überfällst, der hat eine Date, der 36 Millimeter an, so die Uhr kostet 4000 Euro, 2000 Euro. Bewaffneter Raub beginnt ab fünf Jahre. Fünf Jahre Knast. Das ist ja jetzt Leute, die sowas machen. Wir haben jetzt gerade ein Video hochgeladen, auch mit Assis, wo wir halt auf solche Überfälle reagieren. Und die Leute, das sind ja Amateure. Wirklich Amateure. Der eine, der hat so Schusswaffe dabei, benutzt sie dann. Also die Leute, auch diejenigen, die die Überfälle machen. Es gibt sehr professionelle Truppen. Da kannst du auch wenig dann entgegensetzen. Aber man muss sich immer im Klaren sein. Wenn man jetzt jemanden abzieht, zum Beispiel der Postbote, vermeintlich Postbote bei Justin. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass es jetzt ein super ausgebildeter Krimineller war, sondern der hat das sich vorgenommen, hat sich das in den Kopf gesetzt, hat die Situation analysiert, hat gesagt, okay, ich mache das jetzt. So hat vielleicht noch jemanden gehabt, der unten gestanden hat. Aber am Ende ist das Risiko natürlich sehr, sehr hoch. Weil was hat er für die Uhr bekommen? Damals hat sie gekostet 60.000 Euro. Ja, was hat er bekommen für die? Wer kauft sowas ab? Also es gibt schon gewisse Länder, die halt das nicht so ernst nehmen mit dem. Und am Ende, wenn derjenige... Aber die wissen ja auch, dass sie die Einzigen sind, die kaufen. Der wird dem keine 60 zahlen. Nein, natürlich. Zahlt dem 20. Na, schon 30 wahrscheinlich. Hälfte oder so. Je nachdem. Aber es gibt auf jeden Fall, 20 gibt es dafür. Ja, also bei Popsmog war es ja so, dass die da, keine Ahnung, die Uhr... Ich müsste lügen, aber es war irgendwie so nach dem Motto, 20 hat die gekostet oder so. Und die haben irgendwie 2K dafür bekommen. Okay, ja. Aber ja, also die Leute sind crazy, man. Ich muss mir überlegen, die sind bereit, irgendjemanden umzubringen, weil die denken, die kriegen 20K, kriegen ja eine, nur 2. Ja. Das ist ein sehr hohes Risiko. In Deutschland, gerade aktuell, ist der Großteil der Kriminellen, denke ich, noch nicht bereit, so ein hohes Risiko einzugehen. Aber man muss auch sagen, die allgemeine Kriminalität, jetzt gerade auch in diesem Sektor Uhren, nimmt schon zu. Also in Paris gab es ja auch zum Beispiel diesen einen Bericht, wo der Typ vom Hotel, der Richard Miller anhatte, der Asiate. Über eine Million, die dem dort mitgenommen haben. In London ist es auch Alltag. In London gibt es ja auch diese Videos, wo die den richtig abreißen vom Arm und so. Ja, also das ist so eine Sache, wie, was denkst du da, was kann man da machen? Also wie? Also zum Beispiel für YouTuber, jetzt mal ganz ohne Spaß. Immer. Also für mich, dieses Thema mit der Security, es hat tausend Vorteile. Erstens, ich kann mich frei bewegen, also zum Beispiel, ich fahre irgendwo hin, wir haben ein Videodreh und so weiter und die Jungs sind immer dabei. Die helfen mit, die entlasten mich, die passen darauf auf. So, jetzt für YouTuber, okay? Die haben irgendwo ein Shooting, irgendwie dies, irgendwo das, immer. Ich würde doch am Tag lieber, jetzt sagen wir mal 200 bis 500 Euro für Security ausgeben und dann mich entspannen, auf meinen Job konzentrieren und mich frei bewegen, anstelle jetzt ein Risiko einzugehen, dann irgendwie so überfallen zu werden. Also, in Amerika ist es mit Sicherheit viel mehr in den Alltag integriert. In Deutschland ist es so, mich entlastet es brutal. Natürlich habe ich da auch mehrere Uhren dabei, so, aber für YouTuber, ich würde denen auch sagen, wenn wichtige Termine sind oder wenn man weiß, man fährt dahin, man hat das, man gibt vielleicht, weiß ich nicht, was weiß ich, auf jeden Fall, dann würde ich das schon so machen. Gerade, man sollte jemanden suchen, dem man vertraut und dann solche Themen wie vom Flughafen abgeholt werden, hin- und zurückfahren, würde ich einfach jemanden festen machen. Ist doch egal, ob jetzt Taxifahrt 50 Euro kostet oder ob die Taxifahrt mit Security 250 Euro kostet. Der ist aufmerksam, dies, das und wenn jemand etwas plant, dann ist schon mal Abschreckung. Man sieht ja schon mal, guck mal, der hat sich schon Gedanken drum gemacht. Und es geht ja einfach um gewisse Sachen, die zu eliminieren. Zum Beispiel iCrymax war jetzt mit zwei Uhren da. Er hat viel gepostet, hat viel gezeigt. Dann, also kann man ja ruhig, sag ich mal, da was investieren. Aber muss jeder selber wissen. Bei wichtigen Terminen würde ich sagen. Ja, aber da gibt es ja auch eine ganz interessante Sache. Also, ich weiß nicht, ob du das jetzt so erzählen kannst, aber da ist ja auch schon das ein oder andere Mal vorgekommen, dass eine Uhr geklaut worden ist und dass man dann, du bist ja Uhrenhändler und du kennst ja auch viele Leute, die sowas dann kaufen und so. Und das war ja mal so, also ich hatte eine kleine Geschichte, da wurden von uns Sachen geklaut. Von Nico und mir. Ja. Kameras. Ja. Dann war das so, dass diese Kameras wurden geklaut von jemandem. und dann wurde ich zwei Tage später angerufen von einem alten Kollegen, der mir gesagt hat, mir hat jemand versucht, das anzubieten. Derjenige, der versucht hat, das anzubieten, hat bei jemand anderem Schulden. So und so sieht das aus. Da und da ist das. Komm vorbei, wir gehen da hin. So und das war so, dass das Unglückliche war, dass der Typ, bei dem er Schulden hatte, ein Kumpel war von mir. Oh, okay. Das war dann halt sehr unglücklich. Da hat er gesagt, gib mir den Scheiße her, bist du eigentlich behindert? Und ich habe auch nicht, ich habe nur die Sachen bekommen, ich hatte nicht mehr viel damit mehr zu tun. Und da gab es, ich kenne jetzt privat auch so die ein oder andere lustige Story von dir, wo dann auf einmal man sich dann wieder trifft und. Ja, klar, ich meine, die, sowas ist natürlich jetzt ein Beispiel dafür, wie man es jetzt dumm macht, in den meisten Fällen. Zum Beispiel so eine Uhr von Justin, irgendwann kommt die wieder, garantiert. Ja. Ja, also irgendwann kommt die wieder, weil man kann den Service am Ende nur bei Richard Müll selber machen. Und man kann die Uhr ja auch identifizieren anhand von verschiedenen Merkmalen. Ja, also die Seriennummer ist halt drin. So, von daher, irgendwann wird so eine Uhr auch wiederkommen und ähnlich ist es bei Rolex so. Aber ja, am Ende, die Leute stellen sich das zu einfach vor. Also wenn man eine Uhr klaut, dann, also wir zum Beispiel bei uns, wir kaufen nur sehr, 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 sehr selten Uhren ohne Papiere an. Nicht, weil, also auch mit Papieren können gestohlen sein, Versicherungsbetrug, alles kann möglich sein. Aber guck mal, für mich, ich mag es einfach, wenn es komplett ist und Uhren ohne Papiere, ich mag es einfach überhaupt nicht, weil ich nicht selber hinterstehe. So, von daher, diese ganzen Ebay-Kleinanzeigen-Nummern, dies, das und so weiter. Also, bei mir kann man auf jeden Fall, also ich bin, bei mir, ich gehe immer auf Nummer sicher und bei mir, ich eliminiere auch sowas aus Händlersicht, sowas überhaupt anzukaufen. Gibt es ja auch, habe ich eine ganz lustige Sache gehört, du kennst ja diese Ding-Uhren, die bei Vampir und Co. immer draußen die großen sind, die Patex zum Beispiel oder so, ist es ja auch häufig. Da ist GPS drin. Ah, echt? Ja. Ah, okay. Da ist GPS drin. Ja, das wird, also es gibt immer mal wieder solche Ansätze aus Amerika, auch patentierte mit Spray, die dann halt so eine Art RFID-Tag haben. Ganz verrückte Sachen gibt es da in Spray-Form, das geht natürlich nicht weit weg, wenn man aus der Stadt raus ist oder, aber man wird da mit Sicherheit in den nächsten 5, 6, 7, 8 Jahren schon auch irgendwas entwickeln. Ja, so Security-Innovation. Ja, ja, mit Sicherheit. Das ist aber eine coole Sache, genauso auch im Internet und so, das ist eine wichtige Sache. Weil das ist eine Sache, die so, die, 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 also ich zum Beispiel würde mir allein aus dem Grund keine super teure Uhr kaufen. Ja, ich trage gar keine Uhr deswegen, also. Ist schon eklig eigentlich. Klar, ja, ich sag mal, für mich ist es jetzt befremdlich, eigentlich eine Uhr zu tragen, so, ne? Krass. Aber früher, ich weiß noch, das war, also da, das, da hab ich am meisten Spaß gehabt, ne? Die Uhren zu tragen und so anzugucken. Klar, wir haben uns getroffen, dann warst du, ey, was hast du heute dabei? Ja, genau, ja. Tiefst du dir aus, zeigst rum, wir tragen alle Bisschen. Das ist schon schade. Das ist übel schade. Krass, 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 ekelhaft. Aber gut, ja, ich würde sagen, mein Freund, wir haben, wie viel haben wir jetzt rumgehauen? Bisschen mehr als zwei. Warten wir kurz, bis das Ding da jetzt aufhört, zu bimmeln. Was kommt jetzt als nächstes, Marc? Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben ja fast über einem Jahr, glaube ich, den Podcast aufgenommen, oder? Nein. Schon krass, was seitdem passiert ist. Heftig. Heftig. Was ist... Junge, du bist kein Unverkäufer mehr, du bist deine eigene Firma, du bist dein eigenes Parfum, was krass riecht, immer noch. Müsst ihr euch vorstellen, ich sprühe mich mit Marc's Parfum immer nur zwei Sprüher und ich muss halt jeden zweiten Tag effektiv sprühen, weil es so lang riecht. Ja. Ist nicht wie diese billigen Kaugummi, die nach zwei Minuten Geschmack verlieren. Also Real Talk, ist echt so. Ja, was kommt als nächstes in einem Jahr? Tja. Also ich werde alles, was ich kann, halt in Amerika versuchen zu erreichen. Und den Uhrenhype, den man jetzt hier so hatte, gerade jetzt mit jüngeren Leuten und sowas, das ist da drüben noch nicht so angekommen. Echt? Also gerade Influencer, natürlich haben sie mal eine teure Uhr. Es gibt auch Steve Will Do It zum Beispiel, der hat sich jetzt eine Richard Mill gekauft und sowas. Sowas gibt es schon, aber in der Mitte der Gesellschaft, so Uhren um die 6.000 Euro bei jüngerer bei jüngeren Zielgruppen, 18 bis 25 ist nicht ein Thema. Und das, was hier passiert, soll auch da drüben passieren. Also von daher einfach, ich versuche da drüben einfach meinen Traum auch zu leben, jungen Leuten das nahe zu bringen und ja, vielleicht, weiß ich nicht, anderen Promis Uhren zu verkaufen. Wen willst du, wenn du dir eine Person aussuchen könntest? Leonardo DiCaprio. Würdest du, was würdest du ihm gerne, einfach eine Uhr verkaufen? Ich würde ihm einfach eine Uhr verkaufen. Leonardo DiCaprio, egal wer, ich habe immer dasselbe, ich habe immer Leonardo DiCaprio, das visualisiere ich. Mit dem möchte ich einfach, dem möchte ich einfach eine Uhr verkaufen. Auch natürlich vielen anderen Leuten, aber... Drake. Drake, so, so, ja klar. Ich hoffe, du verkaufst Drake einfach eine Uhr, Bro. Na, aber Leonardo DiCaprio wäre schon, wäre schon, also ich sage dir so, wie es ist auch jetzt bei Mike und so weiter, als ich die jetzt getroffen habe, war ich natürlich heftig aufgeregt, weil gerade jetzt auch mit deren Podcast Impulsive und so weiter, das sind schon, wenn du jetzt mal guckst, da gibt es ja jetzt nicht mehr so viel dann zu holen. Das ist ja jetzt schon, klar, du hast PewDiePie, MrBeast und so weiter, aber sonst ist es ja schon heftig und da war ich auch krass aufgeregt, aber ja, ich greife weiterhin an, du kannst dir sicher sein, ich werde Gas geben. Wie war es mit denen eigentlich? Also du hast zwar Logan Paul nicht gesehen, aber was habt ihr gemacht? Nein, wir haben uns Uhren angeguckt und so und haben halt da über die Sachen gesprochen, die ich da hatte, einfach ein bisschen gequatscht über die Themen, der hat halt Vlog gefilmt und du musst dir vorstellen, wir kommen so rein, okay, das ist ein Riesenhotel, das am meisten Gold auf der Welt wurde in diesem Hotel verbaut, kein Hotel hat mehr Gold, sehr, ich kann dir Bilder gleich zeigen, so, ich sitze alleine so in diesem Hallway, einfach so, alleine, so ein Riesenempfang, so, die kommen rein und sagen so immer, was geht hier ab, so, gehört das dir? Naja, und dann, die waren halt die ganze Zeit Party machen und so weiter, waren natürlich auch ein bisschen kaputt und so weiter, dann haben wir oben mal was gegessen, ich habe denen auch Parfum gegeben, meinem Pullover und sowas, habe ein bisschen was zusammengestellt, haben mich sehr drüber gefreut, waren super locker, ich kenne natürlich all deren Content, die kennen auch meinen Content, jetzt gerade, die haben auch gesagt, was machst du eigentlich, ich sehe bei dir Instagram, Outfit of Day, dies, das und so weiter, was machst du eigentlich? So, und da haben wir darüber ein bisschen gesprochen, denen erklärt, dann habe ich auch für die Zukunft gesprochen und so und die sind natürlich alle sehr offen und kommunikativ und das war einfach, ja, nett, also das ist genau dasselbe wie jetzt hier auch so, man unterhält sich nett und guckt einfach, was draus wird, aber ich sage, so wie es ist, so diese Herangehensweise an Produktplatzierungen oder wie man Produkte vermarktet, so wie zum Beispiel, dass ich jetzt im Hubschrauber bin und Parfum teste, sowas gibt es da nicht. So, diese Art und Weise, so zu denken und sowas zu machen von dem Content her, viele Leute präsentieren einfach etwas vor der Kamera, aber so nicht und da bin ich einfach gespannt. Ich habe denen natürlich auch die Sachen gezeigt und so weiter und meinte, krass, halt, da niemand kommt, soll ich in denen. Echt, aber was würdest du sagen, was unterscheidet jetzt von so unseren deutschen YouTubern? Gar nichts, gar nichts, gar nichts. Wenn ich schon höre, so Hotel, Pen, Party. Nein, also die unter, das muss man, wir haben hier ein Land oder sagen wir mal so in Amerika, man hat viel mehr Einwohner und dadurch kommt diese Größe zustande. Das Konsumverhalten dort drüben ist ein anderes und auch die Masse. Ja, und auch die Art und Weise, wie halt das Unternehmen dort funktionieren vom Marketing her. Darum ist da viel mehr Geld zu holen, einfach weil alles anders ist. Aber ich sage dir so, wie es ist, gerade Thema Twitch, Reichweite und Deutschland ist schon sehr stark. Am Ende ist es halt so, mehr Leute sprechen Englisch als Deutsch und von daher haben die natürlich 10 Millionen, 15, 20 Millionen Abonnenten und wir haben hier, wenn du drei Millionen Abonnenten hast in Deutschland, bist du halt schon krass. So, und das da drüben ist halt normal, weil das einfach eine andere Größe ist, aber vom Verhalten her und so weiter, glaubt mir, gar nichts ist anders. Die Blasen Geld vorne und hinten raus, so und denk nicht an morgen, so mäßig. So wie wir alle. Ey, Digga, what the fuck, witzig aber eigentlich. Ja, ich freue mich drauf, mal gucken, was so passiert. Ja, das wäre todeswitzig, Digga, du bist einfach mit denen dort und dann wieder Haram-Lifestyle. Nein, nein, niemals, niemals. Ja, darüber reden wir dann nächstes Mal, wieso ich angefangen habe zu beten every evening. Ja, sehr gut. Ja? Sehr gut. Jeden Abend, aber so, nur so 10 Minuten. Und über was? Wie ich es mache? Ach, also was ist der Inhalt? Der Inhalt, also, es ist halt ein bisschen Freestyle, aber es ist im Endeffekt, ich bedanke mich nur. Ah, okay. Ich bedanke mich so 10 Minuten lang. Wünschst du dir auch was? Nee, ich wünsche mir nie was. Okay, gut. Das, denk darüber nach, du musst dir Sachen wünschen. Echt? Gott, nur jetzt zum Ende, Gott liebt es, wenn man ihn um Sachen bittet. Echt? Er freut sich sehr darüber. Ich habe, ich habe. Du hast, du hast, du hast zum Beispiel, ich weiß, in dir drin, du wirst sagen, nein, ich möchte nichts um was bitten, weil ich muss schon so dankbar sein. Nein, 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 glaub mir, bitte um alles, was du willst. Krass. Ob es dann gut für dich, ob er dir das gibt, liegt in seiner Hand, aber du kannst ihn um alles bitten. Aber das will ich jetzt noch hören. Also, ich mache das so, ich setze mich dann halt hin und Augen zu und mache und dann irgendwann spüre ich so ein bisschen auch Presence und so, aber manchmal nicht immer. Und dann bedanke ich mich und ich bedanke mich auch für so Kleinigkeiten, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel heute, dass ich mich mit dir unterhalten habe, dass ich dich wieder mal gesehen habe. Weißt du, dass wir einfach, weißt du, so über die kleinsten Kleinigkeiten, über den Geruch, dass es so schön riecht und, weißt du, dass ich so, ich wirklich für die allerkleinsten Kleinigkeiten und dann bin ich eigentlich auch fertig. Dann wünsche ich noch jedem was Gutes. Also, ich wünsche anderen Leuten halt was Gutes, mit denen ich an diesem Tag zu tun hatte. Sonst ist das auch nicht mehr überblickbar, wenn du das quasi für jeden machst, den du kennst, dann wirst du nicht fertig. Aber immer so für die Leute, mit denen ich an dem Tag Kontakt habe und dann auch, wenn ich dann irgendwas spüre bei denen, dass vielleicht irgendwas nicht so ganz gut ist oder so, dann auch da und dann, weißt du, denke ich auch selber nochmal kurz irgendwie darüber nach, wie ich mich vielleicht hätte besser verhalten können oder so. Und, aber das ist eigentlich das. Ja, also bei mir war es natürlich auch am Anfang so, man denkt dann, ja, okay, ich möchte keine Ansprüche oder sowas stellen, damit hat es aber nichts zu tun. Und, also es geht einfach, das geht aus den Überlieferungen auch hervor, dass man alles, was man möchte, ihm sagen kann und ihn darum bitten kann. Und wenn wir jetzt weg von der Religion gehen, zu, sagen wir mal, alternativen Ansichten auf die Weltanschauung, dann wirst du ja auch da feststellen, jeder wird dir sagen, wenn du Sachen visualisierst, dann irgendwann wird es passieren. Warum kann keiner erklären? Okay, also in der Religion wird es halt klar benannt. Also du riechst deinen Wunsch dahin und dann wird es, wenn es denn für dich gemacht sein sollte, wird es passieren. Aber du musst sagen, was du willst. Das ist schon wichtig. Du musst schon aussprechen. Und egal, was es ist, ob es ist, ob er dir bei, egal was, alles kannst du mit ihm besprechen. Aber es ist wichtig. Sehr wichtig. Ich mache jetzt keinen Joke. Okay. Nein, besser nicht. Nee. Von daher, beim nächsten Mal, ja, vielleicht probierst du es. Ich probiere es heute Abend. Verdammt, du musst mir Gedanken machen, was ich eigentlich wirklich will. Das ist nämlich sehr krass. Wenn man sich hinsetzt und mal überlegt, jetzt wenn du fertig bist, du betest und so weiter und bei mir genauso, dann denke ich mir so, ey, was willst du überhaupt? Was? Also, weil das ist ja nicht nur, dass du um was bittest, sondern weil, wenn man jetzt einen Verstand hat, dann ist es ja so, dass man sagt, okay, du bittest darum, was zieht das denn nach sich, okay, dann hast du mehr Verantwortung, dann hast du mehr das. Willst du das überhaupt? Und das ist ein ganz spannender Prozess. Um Sachen sich zu wünschen, ist gar nicht so einfach. So ein naiver Wunsch ist übel einfach. Wenn du so, ich will das und das und so. Aber du siehst nur das Positive. Ja. Ich bin dazu verkauft, Digga. Gucken wir mal. Ich mache es aber. Mal sehen, was es dann in einem Jahr. Genau. Wenn du dann das dritte Mal hier bist. Ja. Bro, vielen, vielen Dank. Wirklich. Gerne. War extrem angenehm und ich kann mich noch mal genug bedanken, Alter. Ohne dich wäre vielleicht dieses eine entscheidende Dominosteinchen doch nicht gefallen. Ich weiß, du siehst das nicht so, aber ich sehe das so. Ja. Für mich sind es die allerkleinsten Sachen, die da entscheidend sind und du warst der Erste und Einzelne, der am Hörer war und gesagt hat, wann soll ich kommen? Kein Problem. Machen wir. Klar. In diesem Sinne, Bro, vielen, vielen Dank. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Freunde. Ja, ich wünsche euch allen, dass ihr vielleicht bald demnächst in der Lage seid, bei Marc euch eure Traumruhe zu kaufen, sollte das denn überhaupt ein Wunsch von euch sein? Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt, Freunde. Und vielen Dank am Blinkist, dass sie dieses Format so fleißig sponsern. Ihr kriegt jeden Monat über 40 neue Bücher, die hinzugefügt werden. Ja, das heißt, ihr habt immer was Neues, auch wenn ihr euch ein Jahresabo holt, dann könnt ihr rechnen. 480 neue Titel, die hinzugefügt werden. Ansonsten, Freunde, unten in der Beschreibung habt ihr einen Gutscheincode mit 25% auf euer Jahresabo. Falls das für euch interessant ist, falls ihr euch weiterbilden wollt, schlagt jetzt zu, probiert es aus. Falls ihr mir nicht glaubt, einfach sieben Tage testen. Ihr werdet sehen, wenn ihr euch jeden Tag einmal kurz Zeit nimmt, 15 Minuten euch das anzuhören, dann werdet ihr sehen, was für eine dicke, fette Bereicherung das ist für euer Leben. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Freunde. Vielen Dank am Blinkist. Vielen Dank an euch, dass ihr euch das so aufmerksam reingezogen habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ansonsten, wenn ihr irgendwelche Gäste habt, die euch interessieren, die ihr hier haben möchtet, wie zum Beispiel Jeremy Fragrance, Prinz Markus von Anhalt, Simon Desu, Jotta. In die Kommentare sollen alle herkommen. Wir können zu fünft einen dicken, fetten Podcast hier zusammen aufnehmen. Der wird bestimmt super lustig. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Freunde. Ciao.